Wir gehen schon mal ins Spiel. Ich hatte noch was vorbereitet, ne? Ich habe natürlich wieder meinen obligatorischen Energy hier stehen. Aber, ähm... Ich trinke heute nicht da raus. Moment. Wir müssen erst mal umfüllen. So. Ja, es ist kein Met. Das machen wir später. So, ich will erst mal in hier alles rein. Das sieht cool aus. Da ist wie ein Met da drin. Scroll. Aus Trinkhörnern schmeckt alles besser. Es ist, ähm... Erwiesen. Ich habe mir extra eine Haltevorrichtung gebaut. Weil das ist halt... Du kannst das nicht abstellen, das Teil. Ich habe... Vor allem, ich wollte eigentlich nur so ein kleines, ne? Das ist größer geworden als gedacht. Aber es funktioniert. Ich muss bloß dran denken, bevor ich zu der Dose greife, dass ich heute... Heute ist Trinkhorn-Tag. Achso, ich muss auch noch... Hier... Hier... Anhalten. Hier habe ich was vergessen. Ich habe mich schon Trinkhorn geholt. Das muss... Wartet mal. Seht ihr das da hinten? Kann man das da sehen? Schon ein kleines, aber... Ich konnte nie widerstehen. Lockst du dich automatisch jetzt ein, oder muss ich mich selber wieder einloggen? Ah. Plopp. Hi. Haben wir einen schönen guten Abend. Die sind, glaube ich, alle so groß, bzw. kleine. Doch, da gibt es kleine. Ich habe einfach übertrieben wieder mal. Plopp. Ja, eine Haltevorrichtung für... ...das hier. Das doof ist, man sieht nicht, wo die Flüssigkeit ist. Das heißt, es kann sein, ich setze mal an... ...und das wird ein bisschen viel. Nein. Ja, Haltevorrichtung. Ein Eimer. Mit einer Flasche drin. Die ein bisschen Gewicht hat. Und noch Füllmaterial, das da drinnen liegt. Ist eine sehr gewagte Konstruktion, möchte ich anmerken. Ach, Evo. Eine Woche habe ich gewartet. Ich habe keinen Ball mehr von der Steuerung. Das ist Rennen. Doppelachs hatte ich, genau. Das war schwerer Angriff. Leichter Angriff, genau. Wo kommt denn das auf einmal her? Hä? England ist so am Arsch. So gehe ich jetzt da durch. Marco. Hi. Warte. Einfach, weil ich es kann, ja? Marco. Scroll. Ja. Und jemand ins Stream kommt und denkt, ich habe hier komplett Med drin, ne? Ich besaufe mich hier. So komplett. Da ist noch kein Med drin, ne? Ich wollte später Med reinmachen. So, erstens gibt es ein Med. Aber ist noch zu früh für Med. Wie lange lädt das denn? Ich will die Tipps nicht durchschalten. Danke. Ach ja, ich erinnere mich. Die hat ja, die war ja eventuell, dass... Die Texturen waren unheimlich. Ach stimmt, ja, da war ja was wegen... Bin ich da. Ich bin nicht da. Genau, die wollte das, ne? Ja, die hatte ihre besten Freunde und jemand muss sie ja verraten haben. Och nee, ich will das nicht machen. Du bist nun in Gran Taborik willkommen. Auf dem Markt wird schon wieder Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Ich habe gewusst, ich habe wieder was vergessen. Gib safe gleich auf. Aufgegeben. Okay, aufgegeben. Gut, ähm, Karte. Wir hatten einen Haufen kleinen Stuff. Ich will plündern heute. Also plündern machen wir heute definitiv. Funfact, heute ist ja Freitag. Heute... wurde... zur Zeit der Wikinger Paris überfallen, glaube ich. Also die haben quasi im Moment... Also jetzt gerade, wenn wir hier reden, würden die zur damaligen Zeit Paris, glaube ich, überfallen. Oder morgen. Morgen ist das am 3. Damals war, glaube ich, Ostern am 3. Und das war... Also ich glaube, es wäre morgen direkt. Auch cool. Ja, genau. Und hier sind die... Hier muss ich, ähm... Das Lied von Soma. Will ich das machen, ist halt die Frage, ne? Das können wir mal machen. Wir haben hier überall noch Zeug, ne? Wo ist denn das? 200 Meter. Wo ist dieses kleine Goldding? 800 Meter. Okay, ne. Wie gesagt, vor um 8. Machen wir erstmal ein bisschen Kleinkram. Ja? Wir machen dann ab so nach um 8. Ich gehe dann um 8 erst. Und nach... Und nach um 8. Machen wir dann... Dann geht's los. Dann machen wir wieder das richtig gute Zeug. Geht drüber. Lass wir in die Steuerung reinkommen. Bisschen üben. Bisschen Kleinkram. Im Haus, oder? Alter. Ja, ist da drin. Oder obendrauf. Was du einfach überall rüber kannst, ist so geil. Hoch. Wow. Ich wollte jetzt gut durchs Dach einbrechen. Dann halt nicht. Wo ist denn das? Hier hinten irgendwo. Die kann ich anheuern, ne? Ach, jetzt ist es ein Der. Letztens war es eine Die. Fundin Goldzahn. Ich will mir auch eine richtige Truppe heute zusammenbauen. Aus solchen Jomsvikinger. Hier ist was. Einsammeln. Risugunar, Seite 2. Die Überleistung von Erlingbo Schwärzunge. Die Winter vergingen und Rick war stark. Wenn auch Hager. Ein großer Krieger, der an vielen großen Schlachten entlang der Nordwege teilgenommen hatte. Oft vergoss er den Rabenwein, um seinen Clan zu beschützen, der in ständiger Fäde mit dem Reich des Wahlclans im Süden lag, der vor ein Erlinger Schwärzunge angeführt wurde. Von diesem sagte man, er habe inmitten der Schlacht ein Schwert verschluckt. Ja, klar, macht Sinn. Rick war erst zwölf Winter alt. Doch es heißt, er habe einen feindlichen Krieger so fest im Würgegriff gehabt, dass er ihm den Kopf von den Schultern riss. Als er ihn jener Nacht trank, kehrte er zu dem Kopf zurück und hörte ihn singen. Was war in dem Alkohol drin? Du wirst vom letzten Vorhang betrogen. Er behielt den Schädel seines Feindes und von nun an musste jeder, der Rick zum Kampf herausforderte, mit dem Schädel reden. Dies, so sagt man, habe ihn zum Vorteil gereicht und er hat viele Schlachten gewonnen, was ihm seine zweiten Beinahmen einbrachte. Rick, der mit dem Schädel redet. Ja gut, weil er jetzt auch mit dem Schädel reden wollte. Ja, macht Sinn. Darunter gehen wir noch nicht, das war der Geheimgang, ich erinnere mich. Da will ich noch nicht hingehen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich will nicht, ich will nicht. Da ist was. Ich muss mich dann entscheiden, wer von denen wahrscheinlich der Verräter ist. Wenn ich mich falsch entscheide, was dann? Wird ihm ein kleiner Kopf abgeschlagen oder so? Also dann ist dann gleich Polen offen. Ah, mit Kreis haufe ich mich hin. Okay, wollen wir dann gucken. Hallo. Was gibt's? Ganz gut, ans größten Boden, ihr Kampf. Du, Danin, komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose. Der gefürchtetste Sportstreiter von ganz Granthabrückcheer. Na, nicht der Sportstreiter, nee, nicht Sportstreiter, das ist so, nö. Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vorliebe zwungen. Das ist nicht so meins, ich will das nicht so gerne mit dem Sportstreiten, muss ich sagen. Das ist für ein Quatsch. Verständlich, dass du dich fürchtest. Komm nur wieder, wenn du dich dem Wortgefecht des Todes stellen willst. Nö, nö, pff, nö. Das ist so, weiß nicht. Dieses Sportstreiten finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Das da ist... Hä, da ist noch was drin. Nee, das ist nicht drin. Hä? Hä? Oh lol. Ja, gut, ähm. Kriege ich das? Das ist hier so ein, so ein Zettel. Den muss ich hinterherjumpen, ne? Bis ich ihn irgendwie kriege. Oh, scheiße. Halt! Ja, toll. Wieso springst du denn nicht, Evo? Was ist denn dein Problem? Evo springt halt nicht. Was soll ich machen? Oh, da ist er. Wo ist er hin? Da vorne. Hä? Da unten, lol. Jetzt lass... Ey, Evo, du bist heute aber auch besonders, ne? Hä? Hä, was? Evo ist besonders heute. Ich tu mir mein Handy wieder hinsetzen hier. So. Einmal, einmal versuche ich's noch. Ey, Evo, stell dich auch bitte nicht so an, okay? Sei nicht so besonders, bitte. Michael, hi. Geht's dir auch ganz gut? Ganz okay? Und selbst? So. Und los. Warum? Geht doch. Alter. Evo, du bist heute wieder. Wirklich. Schwein, aus dem Weg! Du Mops-Schwein. Geh weg da. Mensch. Ist schon da drüben, der Zettel, ne? Wo schon, du tust dir weh, Evo. Danke. Was hast du verdient. Da vorne ist er. Renn doch! Habi. Tattoo. Ach, also, wo ist die Tattoo-Dinger? Wo ist denn noch was? Ist noch was in der Stadt? Hier ist noch was in der Stadt. Da ist noch was in der Stadt. Hier ist noch. Irgendwie was kleines. Leute, da, ne, da, davor ist das. Oder ist das da oben drin? Ist da oben drin? 120 Schiffe mit 5000 Wikinger und laut Legende. Ja, man vermutet aber, dass es halt zugedichtet wurde. Also, 12 Schiffe und vielleicht so 500 Wikinger. macht wohl mehr Sinn. Aber das hat dann schon ausgereicht, ne? Oh, unten drin. Okay. Nee. Unten rein. Zack. Hä? Okay, wie komm ich da rein? Kann man hier durchlaufen? Hm, hm. Okay, hab ne Idee. Freunde, ich hole mal vorbei. Danke. Taps, 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 taps. Ey, wo? So. Ach, deswegen ging es nicht auf. Ah. So. Ruhe. Zehn. So. Gut. Einen kleinen Schatz haben wir. Der nächste ist da hin. Wenn man von den Wikingern Small bekommen, würde ich als König nachher auch behaupten, wären 5000. Ja, ja, ja. So was in der Art, ne? In dem Haus hier. Okay. Das eine hat es abgefickelt hier. Oh, da ist ein Ex... Oh. Lives Inventar. Vier Rollen Siegeltuch, sechs Fässer rote, hm? Vier Fässer gelbe Farbe. Wenn ich den ostfränkischen Händler runterhandle, kann sonst zwei Fässer. Sommer hat die Mittel umverteilt. Schon wieder, warum kann ich mir nicht vorstellen, wer da hart verhandeln müssen, um mehr zu erhalten. Ist das ein Hinweis vielleicht? Okay, ich muss da hoch. Na, Evo, komm. Ah, die hops. Ja, klar, der der oben Schätze gerollte Typ. Nice. Und geplündert. Sehr gut. So, wo ist das letzte? Da hinten. Hinter der Halle. Bei der Halle irgendwo. Beste Mauer. Lol, Etage höher. Komm ich da an der Seite? Oh, scheiße. Ah, ich brenne. Entschuldigung, Evo. Sorry. Wie komm ich da am besten? Will ich nicht. Kein Bock zu trinken. Fragt sich okay, da unten. Was zum Geier ist mit Evo los? Nein. Nein. Genau. Evo, du hast es. Guck mal. Nein, nein. Ja. Also hast du rein. Komm. So. Lass dich fallen. Perfekt. So eins gab es da jetzt hier noch, ne? Genau, das da. Dann haben wir alle Schatzen-Dinger hier abgefrühstückt. Gut. Ich will mich sowas plündern dann. Oh, ich will die Siedlung wieder ausbauen. Ich will die Siedlung wieder richtig krass ausbauen. Am liebsten. Am liebsten Max-Level. Ich würde gern. Ich ärgere mich gerade. Ich habe ja als ersten Offizier sowas in der Richtung, habe ich ja diesen einen Typen ausgewählt, ne? Ich ärgere mich, da ich den Typen ausgewählt habe. Ich hätte lieber mir so eine komplette Schildmeitentruppe gemacht. Das wäre irgendwie cooler gewesen, glaube ich. Ich kann das aber nicht mehr ändern, ne? Kann ich nirgendwo rein, nehme ich an, ne? Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Nur von innen geöffnet. Ja, ha. Ach, hier ist ein Fenster. Ne, lass. Ne. Äh, äh. Ach, warte mal. Ah, ah, ah. Ah, hallo. Kann ich mal? Danke. Lickmunds Tagebuch. Mitgliedert des Ordens. Grandoppe gehört uns. Diese Soma ist in den Sumpf zurückgekommen. Wo sie hingehört. Ihr Herr ist zerstreut heute. Leute, leuten wir ein neues Zeitalter ein. Okay, Essen nehmen wir mit. Hier sind die, also, die sind ja aus dem Tunnel rausgekommen, den die da heimlich gemacht hatte, ne? Wie viel haben wir es? Hm. Ja, komm, mach mal die Quests halt. Aber ich hab echt Bammel. Ich muss ja dann aussuchen nach dem Motto, so, ne? Wer, wie, wo, was. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Hier ist was. Und da ist noch was zu looten. Da muss ich mich aber tarnen, ne? Da hinten muss ich hin. Wie wirklich, gehen wir zu meinem Pferd? Ne, das war nicht mein Pferd. Dann breite deine Flügel aus. Ne. Ah. Wie Plötzer. Cool. Komm. Und da oben erst mal hin. Aussichtspunkt. Aufsache, es kommen nicht wieder solche komischen Wesen, diese Teile, wo alles so geflaggert hat. Heute wieder Phasmo. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich kann's nicht sagen, keine Ahnung. Kommt mir auf die Lust und die Laune drauf an. Ich hätt echt Bock auf Körbel, muss ich sagen. Ich hab bei Körbel sowieso ne Idee, ne? Einen Umbau. Ach, was für ein Umbau. Also ne Umbau in Kopfsachen noch wegen Planung. Für die Station, für die neue. So. Oh, da liegt Zeug. Halt, da liegt noch was. Oh, okay. Alle hoch. Komm. Ist hier drüben noch irgendwas? Ach du Gott. Da ist ein Lager von irgendwas. Synchronisieren. Ich muss da ganz sachte trinken. Ganz sachte trinken. Oh, was ist denn das da? Oh, was ist denn das da drüben? Ach, das... Das... Guck mal, das ist... Da oben. Oh, da will ich hin. Wer ist hier? Ewa schließt sich Birna und ihre Mannschaft an, um Wigmunds Männer auszuschauen. Oh ja, da bin ich dabei. Da hab ich ja Bock drauf. Wo ist denn das, was ich markiert hatte? Da vorne ist auch noch was. Wie geil. Irgendwo hinter mir. Da. Da unten ist noch was. So, einmal nach unten, bitte. Also, unten holen wir uns erst noch. Und dann geht's in die andere Richtung. Also, wir müssen uns entscheiden. Einer von den dreien hat so mal verraten. Er ist verantwortlich für das, was passiert ist. Wir müssen uns entscheiden, wer von ihnen. Also, wenn wir sagen, XY war's, dann wird die dem wahrscheinlich den Kopf abhacken. Oder ihr dann. Was ist das hier? Hm? Da was zu lesen. Was ist das hier? Nachricht einer Verehrerin. An den blonden Jungen, der die Flöte spielt. Du weißt nicht, wer ich bin, aber ich habe meine Ohren von deinem Musikspiel segnen lassen. Ich habe noch nie so ein so gefühlvolles Flötenspiel gehört. Deine Lieder sind so schön und gleichzeitig traurig, beruhigen mich aber auch auf eine Weise, die ich nicht näher beschreiben kann. Mir ist aufgefallen, dass du immer nur nachts spielst, ohne Zuhörer. Bist du schüchtern? Das muss doch nicht sein. Musik wie die Deine kann Herzen heilen und Seelen retten. Ich spiele die Leier. Zwar bin ich nicht so geübt wie du, aber vielleicht könnten wir immer zusammenspielen. Uh, okay. Oh, nein. Ah, die kleinen. Hab dich. Glühäumchen habe ich gefangen. Ah, ich muss die noch, ähm, mich auslocken, ne? Fällt mir gerade wieder auf. Das. Au, au, au. Au. Das war so eine Tür wie bei dem einen unten drin, ne? In den Katakompen. Oh, ja, guck einer an. Ja, was ist denn aber hier? Da oben drauf. Okay, warte mal. Wo will ich das Artefakt erhalten? Uh, wie cool. Komisches Artefakt. Uh, nice. Halt mal eben. Moment, ich gehe nochmal kurz hier hin. Ich mach bloß kurz, ähm, schluck mich kurz durch das Steam aus. Okay. So. Hm, hm. Ja, komm. Geht zurück. So, einmal Konsole, Vollbild. Au. Warte, groß. Komm schon. Danke. Okay. Fragezeichen. Was ist Fragezeichen? Der hier läuft, oder was? Was ist das denn für ein... Hm? Was ist denn jetzt? Sind die Fragezeichen was Besonderes? Also was krass Besonderes? Und es ist extra lädt? Was für Infos. 30 Silber, okay. In Ordnung. Genau, ich zeige dir mal etwas. Auf deiner Karte. Das ist da unten, oder was? Nee, hä? Ach, da! Ah, er deckt das auf, was das ist, was da dahinter steckt. Ah, 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 okay. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, dass es Birne ist, aber ich fand die eigentlich ganz cool. Bei dem Kloster war ich noch nicht, oder? Habe ich das schon geplündert? Habe ich dieses Kloster schon geplündert? Ja, das habe ich geplündert. Da sollte ich nicht reinrennen. Da sind ja wieder alle Panik. Ah, die Heiden sind zurück. Ah, hilfbar. Steht da jemand? Nee, ist nur ein Holz. Okay. Ich dachte gerade schon. Komm, Evo. Stell dich nicht so an. Ich gebe dich jetzt einen Berg hier hoch. Komm. Was mir persönlich noch fällt, ist ein bisschen mehr Musik, ne? Oh, oh. Was ist denn das hier? Da unten drinne. Ähm. Oh, scheiße. Das war Klaus. Oh, die habe ich durch Zufall erwischt. Schlangen sind echt mies. Okay, das haben wir. Oh, bin ich jetzt gelandet? Oh, das ist nice. Nehme ich alles mit. So eine Bunkeranlage, oder was ist das jetzt hier? Das ist so aus, ne? Ich gehe mal da hin. Gucken wir mal. Da ist ein Artefakt. Wo ist denn das? Da vorne bei dem Baum, oder? Nutzen wir mal das Pferd ein bisschen mehr. Weiß nicht, ich will lieber irgendwie rennen, weil ich Angst habe, dass ich etwas verurte ums Erd. Dass ich irgendwas verpasse, wenn ich... Was? Was? Jetzt tragen sich böse Geister herum. Ähm. Ja, mein Controller vibriert. Warum vibriert mein... Was? Was? Bitte was? Löse Geister? Wieso? Weshalb? Warum? Finde und beseitige die Ursache. Äh, warte, 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 warte. Ne, ne, ne. Spring mal runter. Das Gebiet ist verflucht. Okay. Äh. Will ich das? Das ist mein Problem. Okay. 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 Ja, kommen da jetzt irgendwelche Viecher? Bestimmt, oder? Da kommen jetzt safe irgendwelche Viecher. Boah, Controller vibriert mega. Was könnte die Ursache sein? Na, da guckt einer an. Ich glaube, ich ahne, wo sie sein könnte, die Ursache. Wir sind auch alle tot. Okay. Wir sind auch tolle Leute. Was haben die hier gemacht, bitte? Mit was haben die sich angelegt? Ja, was haben die hier unten gemacht, bitte? Ach, du Scheiße. Ursache gefunden. Ursache sowas von gefunden. Ich brauche, da brauche ich. Ursache sowas von gefunden. Alter, wir... ... Die Kräfte muss ich schon sein, tschau'n. Gut, das Land kann... Blutbefleckter Zettel Blutbefleckter Zettel Blutbefleckter Zettel Jetzt müssen wir auf alles achten. Wie bist du zu Somers hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrun, Iva und Ober. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dän Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerinnen mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weißt du mal das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Also, die hat war da so ein Problem. Ne? Also, sie hätte einen kleinen Hintergrund. Das heißt, du hast uns vor, warum? Und warum? Das heißt, Garlene und Leaf. Hm. Ach, Leaf ist wie ein unwendiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Garlene hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine... ... ...wissensgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Okay. Schalte die Wache aus. Aufregend an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Da unten laufen drei Wachen. Das Problem ist bei dem da oben, ne? Ich weiß halt nicht... Ich weiß ja nicht, wo der... Guckt der zu mir? Scheiße. Keiner gesehen? Rituale zu machen. Das hängt mit den Göttern zusammen. Glaub ich. Vermute ich mal. Jesus, führe meine Hiebe. Hi. Ich bin gar nicht da. Ey. Wo ist denn der? Hä? Wo ist die? Da hinten. Da hinten. Bist du jetzt echt da durchgeraht? Oh scheiße. Mann. Mann, daneben. Wieso steht denn der an der Wand? Hab dich. So. Ich hab den Kopf abgeschlagen. Ja doch, wehre dich. Dann guckst du nur gegen die Wand. Deine Kollegen sind auch nicht besser. Bum. Bum. Okay. Sorry. Wow. Lass das. Hey, wieso ging das nicht? Boah, ich muss ausweichen. Wie ging das nochmal ausweichen? Haha. Wow. Ah, muss weichen. Kein Ausdauer mehr. Haha. Wo sind die alle? Der Sperrtyp ist halt böse. Okay. Da ist sie doch. Okay, okay, okay. Okay, da ist sie. Au. Na, bleib mal stehen. Hab dich. Was ist da unten mit Ausrufezeichen? Ey. Oh Leute, das ist einer der Leute. Achso. Ja. Das sollte ich halt gar nicht, ne? Aber ich kann nicht widerstehen. Haben wir hier oben was? Ah, hier sind noch Pfeile. Da muss ich irgendwie rein. Von oben anscheinend schwierig, oder? Komme ich von oben rein? Ach du Scheiße, wie viele das sind. Guck, guck. Scheiße. Wir haben hier Stress. Guck mal hoch. Geh mal bitte wieder runter. Wo sind die anderen? So, ich kann nicht nehmen. Wie geil. Scheiße, wer sieht mich denn da gerade? Oh, oh. Da. Hoch. Könnte ich. Da unten. Wo sind deine Leute, Birna? Oder nicht Leute? Easy. Ich bin hier irgendwie rein. Okay, Bären nehme ich mit. Wo liegt denn der Typ? Nee, hier runter. Runter schon richtig. Lass dich fallen. Manchmal reagiert das nicht. Von oben zugeschlagen. Ich habe Sachsen gesehen, die so auf ihre Gegner losgehen. Was ist das hier? Den muss ich töten. Nein, das hat... Ich bin doch mal Rust. Ich habe keinen Rust. Ich weiß nicht, ob Rust so geil ist. Da bin ich ja für Outriders momentan. Das hat so ein bisschen auch so düsteres, aber so ein bisschen... Also das Setting finde ich geiler. Aber ist doch fast so ein bisschen dasselbe Prinzip mit, oder? Scheiße, wie komme ich denn jetzt da hoch? Das sind ja noch übelst viele, ne? Okay, hier komme ich nicht hoch. Ne, Dings habe ich leider nicht. Also Rust. Weiß nicht, ob das Rust für mich ist, so. Kann ich nicht genau sagen. Ich kenne es. Ich weiß, dass irgendwie viele so Rust-RP jetzt gemacht haben. Du bist lauter als Ragnaröcks Ende und diese Sachsen ziehen dich immer noch nicht. Ja. Skill. Hallo. Den Schlüssel habe ich schon. Was gibt's? Jägerrüstung. Oh, eine Rüstung. Fündern, 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 Fündern. Ne, 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 ne. Haben wir das gerade nicht gecheckt, was hier abgeht? Die Gerüstung Torso. Du bist lauter als Ragnaröcks Ende und diese Sachsen sehen dich immer noch nicht. Nicht alle haben solche Lux-Ohren wie du. Und so schlimmer. Wo ist die denn überhaupt, Birner? Ich seh die nicht mal. Oh, der lebt ja noch. Aber auf die andere Seite echt. Er ist rausgehirscht. Wow. Du entkommst mir nicht zu einfach. Und noch irgendwo was? Ich hör's doch blitzern. Ich will gerne dieses Haus da oben rein. Ich weiß halt nur nicht wie. Kann ich eigentlich das Fenster kaputt schießen? Ne, kann ich nicht. Wie komm ich da oben rein? Wie komm ich überhaupt jetzt hoch ohne... Hä? Blob, alles gut. Genug gefragt, ob ich was spiele. Doch, alles gut. Gar kein Problem. Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss. Weil sich alle beim Sterben einscheißen. Warte, ich bin sofort da, Birner. Mal probieren, das Feuer. Das müsste ich mal upgraden. So, Tod bestätigen. Gut. Also hier ist irgendwie ein Spieler gestorben anscheinend. mögest du an Odens Seite gut speisen. Ich hab gerecht. Sehr gut. Bin ich stolz auf mich. Ähm... Ja, wie komm ich denn in die Hütte rein? Oh. Tür aufschließen. Ah, das hab ich. Oh, das ist was. Brief von Wigmund. San Randwald. Anbei findest du ein kleines Geschenk, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Die Männer sind gut ausgebildet und voller Eifer. Nie sah ich einen Haufen Krieger, der versessener darauf war, sich zurückzuholen, was ihnen zusteht, und es dann zu verteidigen. Deine Treue ist unvergleichlich, und ich weiß, dass ich mich auf deine Unterstützung verlassen kann. Der Sieg wird unser sein, Wigmund. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Hinweis drauf ist, wer das halt, wer der Verräter ist. Das bräuchte ich halt. Ich mein, ja, die können jetzt viel sagen, wenn der Tag lang ist so, aber das ist im Endeffekt kein Beweis so, weißt du? Birna, halt! Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Granterbrück. Die ist auch ein bisschen drauf zu, wa? So, wo ist'n? Nicht spät? Oh, ist noch Tutti. Ähm, nimm, 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 nimm. Der andere ist gleich hier. Live. Was, was hatte die vorhin gesagt? Der, der Garlin, war das der, der absichtlich ein Feuer legt, um es dann zu löschen und dann die Lorbeeren dafür einzuhalten? War er das? Ja, ne? Oh. Okay. Er ist ja schon mal nicht so gut, ne? Ähm. Ich hab' 10 Fähigkeitspunkte. Lass mal hier gucken. Genau. Ähm. Hm. Hm. Liegt das Raben. Nahkampfschaden ist immer gut. Nahkampfwiderstand. Dänenaxt. Verbessert die Beherrschung von Dänenaxten. Hab' ich den denn extra? Den Hammer benutze ich nicht. Was ist das hier? Kritischer Schaden ist auch geil. Den gönne ich mir auch. Ja, wiegt das Beherrschaden. Ja, wiegt das Beherrschaden. Feuerschaden. Ich hab' da nix mit Feuer. Hätte ich aber gern. Gleichangriffsschaden können wir uns mal gönnen. Das ist der Angriff, also der normale Angriff von leichten Angriffen quasi, ne? Giftwiderstand. Giftwiderstand ist so nice. Okay. Haben wir noch mal ein bisschen geskillt. Müssten wir jetzt ordentlich Schaden mehr machen eigentlich. So, wohin muss ich? Pferd? Ich höre mein Pferd, aber ich... Ach da. Wohin? Was ist das denn eigentlich hier? Warte mal, ich speichere mal. Was ist denn das? Sind das so besondere Kämpfer des Christentums oder was? So Kreuzrittermäßig? Da hinten, ja, da reitet echt einer. Ola. Eiferer erkannt. Hallo? What? Ich muss weg. Ciao. War schön mit dir. Passt schon. Kommst du vorbei, klatscht ihn um. Ja, Level 90. Ich denk so, okay. Hab mir's überlegt. Will doch nicht mehr. War schön. Wo muss ich hin? Da oben. Okay. Also einen Eiferer haben wir gefunden. Der ist ein bisschen heftig. Den machen wir nicht. Hüpp. Oh. Hi. Ihr seid ja eigentlich Gegner, oder? Seid ihr. Aber ihr greift mich nicht an. Finde ich gut. Ne, wieso greifen die uns da eigentlich nicht an? Die laufen hier vorbei. Die ganzen Wikinger sitzen hier. Wieso? Er darf nicht weiter Gift und Galle schweigen. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Hi. Ein schöner Tag hier draußen, oder? Wolfi. Ein recht schöner Tag hier. Ja, durchaus. Gucken, was jetzt passiert. Das ist nicht... Soma sagte, ich würde dich hier finden, lief. Der, oder? Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerherr. Als Gudrum nach Westsechser aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Granterbrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Garlin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Garlin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Okay. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Stadthalterin von Granterbrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, fortzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ja ein geschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Ich glaube nicht, dass er es ist, weil er das mit dem Gott gerade erwähnt hat. Ich glaube nicht, dass er sich über seine Götter stellen würde. Ich glaube, er ist es nicht. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung lief. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Richtig, richtig. Wigmunds Borsche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okay. Da ist das Tor, oder was? Ja, dann nicht durchs Tor. Ja, da ist das Tor. Oh, steht der andere drauf. Ich helfe mal kurz den Leuten. Den Leuten ein bisschen helfen. Also, dass jetzt einen Unterschied macht. Ja, ich auch. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Wo die Kinder rausspringen. Jetzt sei bitte etwas leiser. Oh mein Gott, die Wikinger kommen. Ah, oh mein Gott, rettet euch. Wie? Fällt doch gar nicht auf! Die ersten zwei Leute mit Kapuze fällt gar nicht auf. Ja, Priester, ich bin hier drin, oder? Da ist ein Schlüssel. Lauf ich da hin? Hm, eher nicht so, ne? Okay. Ins Schwergebiet dürfen wir nicht, oder? Der ist ja safe da oben drin, der Priester. Ist es bei den Leuten dabei vielleicht? Untertauchen, schließt sich eine Gruppe von Menschen an. Oh. Oh. Wir haben uns erkannt. Machen wir das doch auf die alte Manier. Finde ich auch schöner. Hallo. Uh. Pus. Oh, das war dumm. Boom. So. Hi. Ciao. Da. Oh, oh. Wollen wir draufgehauen? Oh, hier nicht eine Schlüssel? Oh, scheiße. Aua. Lass das. Oh. 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 Das ist der Buß. Das ist mir. Und. Boom. So, haben wir den schon mal weg. Der war ein bisschen besser. Habe ich den Schlüssel jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Das war denn jetzt hier. Können wir hier hinsetzen? Oh, ist noch so. So ein Boss-Typi. So ein bisschen besser. Huuuuh. Der hat ein. Aua. Ha. Daneben. Ich könnte mich wahrscheinlich wieder verkleiden jetzt. Aber. Aber. Oh, das ist aber. Au. Das haben wir getan. Ja, ich würde... Wollte mal, da lernt noch was. Hm. Hallo. Jetzt. Okay. Haben wir. Hier unten ist ein Schatz. Wo ist der? Reichtum erwogen. Juhu. Ja, der ist da drin. Wir müssen irgendwie das Tor aufkriegen. Ich darf ja nicht erwischt werden. Krieg mal hin. Oh, also nie. Warte mal. Ist das der Priester? Ne, es ist wieder irgendjemand, der getötet wurde, ne? Wegmonds Priester ist in der Kirche. War klar. Ich wollte, dass der hochkommt, damit ich ihn töten kann. Wir müssen ja erstmal den Kampf hier überleben. Danach gucken wir weiter. Da haben sie es gesehen. Oh mein Gott, der ist gestorben. Warum ist der Kollege gestorben? Gehen wir mal gucken. Ein Gänse mal. Vielleicht werden wir selber gleich einen Hitschritt abkriegen. Ich würde mich auch genau dahin stellen. Der Kollege hat genau da einen Pfeil in den Kopf gekriegt. Ja, ich stelle mich mal genau dahin und gucke mal, wo er herkam. Die kommen safe jetzt hier hoch. Kollege, könntest du dich mal nicht dahin stellen, bitte? Du versaust mir meinen Plan. Hä? Oh lol. Das sind unsere andere Kollegen. Guck mal, jetzt rennen die raus und kämpfen da draußen mit. Jetzt haben wir noch nicht mal gecheckt, dass hier draußen brennt oder was. Das sind echt Helden. Oh, er kommt echt da rein. Da kann ich reinjumpen. Wo sind deine Kollegen eigentlich alle hin? Die hocken jetzt auch hier draußen, oder? Da hinten? Ne, das sind normale Leute. Die stehen jetzt hier unten rum. Bei den Bürgern. Okay. Wo sind denn die ganzen, also unsere Kollegen hin? Die sind alle tot. Liegen überall welche. Wo sind jetzt echt alle tot? Das ist aber doof. Wieso das? Tschüss. Priester, das machen wir doch. Oder nicht? Der Typ, der runtergefallen ist, stand Priester dran, oder? Ich sehe den nicht mehr. Scheiße. Nein, sehe ich nicht. Kann ich nicht machen. Kann ich hier oben drauf? Wie der rückwärts läuft. Es gelingt jetzt schon wieder. Oh, kommt er jetzt hoch. Warte mal. Ich kann gerade nicht. Hab Stress. Oh, der steht. Hä? Gegen was kämpft der? Oh, der kämpft. Er hat überlebt. Warte. Abgeholfen. Kann ich jetzt hier runterjumpen? Ja. Kann ich. Okay. So. Der eine ist da drin. Der andere ist wo? Da hinten. Da ist der Priester nämlich mal an, oder? Die sind alle da drin. Interessant. Interessant. Da hat er denn die Kollegen gesehen. Oh, shit. Gut. Oh, ist er. Schön, der ist aber gestorben. Oh, hier ist ja einer. Hey, du. Heute könnte sich einiges verwerfen. Hey, psst. Komm mal rein hier. Psst. Sei mal still da. Die alten Hammer. Er geht jetzt nach den Kollegen gucken, die tot sind. Ach, schön. Die sind tot. Geh nicht nach ihnen gucken. Denen geht's nicht mehr gut. Betreu mir, ich weiß das. Wo sind die jetzt hin? Hey, wo ist er? Hey, wo ist er? Du hast einen Schlüsselkollege? Gib mir den. Gut, das waren sie schon alle, ne? Wo war jetzt der Priester, ist die Frage. Hey, der live ist ein bisschen komisch, ne? Ach, da ist er der Priester. Die Lügen dieses Priesters werden den Skier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Hätte ich zuhören sollen? Ah, hätte ich zuhören sollen? Scheibe. Warte mal, was steht denn hier? Rief ein Wigmund. Vater, gut wird. Ich will meinen Dank aussprechen für die anhaltende Unterstützung. Ich muss sagen, deine Schüler entzücken mich. Sie verfügen über eine Erfolgsamkeit, die wohl nur dank deiner Weisheit und Führung und den kommen kann. Bitte sende sie weiter zu mir. Ich finde die Gefallen daran, mit solch aufgeweckten jungen Männern zu sprechen, die über den Orden der Ältesten lernen wollen. Sie können nur profitieren und ich bin froh, eine Sache zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, ich war gerade zu voreilig. Ich muss irgendwie sagen, mein Bauchgefühl gerade ist, dass es Birna ist. Die Vernunft sagt er, das Bauchgefühl, Birna. Was ist der Unterschied? Gar keiner. Jetzt können wir noch kurz gucken. Dahinten brennt es. Oh, schön. Jetzt gucken wir noch kurz, wer den Spieler hier oben umgebracht hat. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Irgendjemand hat sie hier umgebracht. Unterdächtig angegriffen. Scharfe Waffen, saubere Treffer. Sieht nach der Klinge eines Sachsen aus. Tod bestätigen. Todgerecht. Ah, das war der, wo der runtergeflogen ist hier, den ich da runtergekickt habe. Ah, okay. Ich komme aus, weil die... Okay. Weg mal hin. Und raus. Live, kommst du? Wo rennt der? Live ist wieder besonders. Wie konnte ich ihn? Nee. Was siehst du, alte Freundin? Na? Jetzt. Wo ist denn Live jetzt? Oh, da vorne. So. Gut gemacht. Wir haben Wigmundsmann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt. Dahin steht er. Alles da. Wir sehen uns in Granthabrück. Da war ich zu voreilig. Das ist mir auch bewusst. Schade. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Wo ist der andere? Da. Sprinten wir mal dahin. Und geht dann übers Wasser. Ob er das war? Also, ne? Ob er deswegen den schnell verstummen lassen wollte, weil er weiß, dass es... Dass er mir... Also, ne? Dann gucken, was beim letzten ist. Dann gucken, was beim letzten ist. Wenn Reisende ein schönes Panorama ablegen, hinterlassen sie oft ein Steinmännchen. Kann ich dann sowas auch machen? Nein. Was siehst du? So. Okay. Wie komme ich jetzt am schnellsten darüber? Ich brauche mein Schiff. Ohne mein Schiff wird's nix. Wieso reiten hier eigentlich random im Kreis religiöse Fanatiker? So ne allgemeine Frage. Ne. Was siehst du da oben, Sühnen? Ne. Das. Kommst du her? So, erstmal zum Wasser. So, straight zum Wasser, bitte. Das ist das Pferdchen, das war überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Da ist ne Hütte. Das ist bei uns auf der anderen Seite, oder? Das ist nix besonderes. Ähm. Ne. Ich brauche... Hauptzugbeginn? Hier? Oh. Gönnt euch. Ja, also, wenn das so ist, ne? Bin ich dabei. Hier müssen wir noch zwei Schatzdinger geben. Ja, wir müssen noch ein paar Leute anheuern. Wenn man die Schildmeidentruppe kriegt, dann kriege ich ja nicht mehr zusammen, glaube ich. Befreit unsere Leute. Möglichst. Hier gab es das sogar noch, glaube ich, ne? Bam, bam. Hi. Warte mal. Gab es hier nicht? Ja, gab es. Guck mal. Da drüben und da oben. Oh, warte mal. Hier war Loot. Da drinnen. Den habe ich schon mal sehen. Boden. Scheiße. Ich seh's nicht. Kollege, hilfst du mir? Du darfst mir gerne helfen. Scheiße. Rein da. Wo ist denn das? Auf dem Dach? Nee. Ja doch. Warte mal. Irgendwo. Nicht direkt auf dem Dach, aber... Ah. Ah. Das ist ein Berserger, der hier kämpft. Bitteschön. Dein Dolch. Ja, was ist das für ein Riese? Der Riese ist cool. Ja, hier hoch. Guck mal. Ernst mal. Entschuldigung. Bin heute... mit Schwung unterwegs. Da. Perfekt. Haben wir. So. Jetzt kann man wieder plündern. Auch ist das schön. Immer und immer wieder. Da ist das andere. Ja, da war ich letztens gar nicht in den kleinen Ecken. Sehr nachlässig von mir. Ich hätte sie zurückgelassen. Aber ich kriege jetzt nicht nochmal... Ich kriege jetzt nicht nochmal Zeug, ne? Glaub ich. Oh, scheiße. Pekiniere. Ich habe ja auch Priester gelesen. Ich dachte schon. Halt. Komm her, du. Aua. Mann. Die Pekiniere sind echt bitter. Aber ich will den Typen auch helfen. So, dann machen wir wirklich schnell. Der Pekiniere ist sonst echt wieder auf Akro getrimmt. Der Pekiniere ist tot, glaube ich. Was ist das für ein Berserker, bitte? Oh, doch, ich überlebe dich. Ich sehe nochmal was drin. Ich hoffe. Jemand hier? Das kommt. Ach, die sind schon hier drin gewesen. Okay, sowieso dazu. Also, die Schrifttexte kenne ich schon. So. Okay, müsste ich eigentlich alles haben, oder? Ach, guck mal, da liegt einer drinne. Aufgeschlitzt und ausgeweidet. Die Waffe war sehr scharf. Sieht nach einer sächsischen Klinge aus. Haben wir doch den Übeltäler gefunden. Was soll das? Dein Tod wurde gerecht. Haben wir das schnell gemacht. So, war es das jetzt? Können wir zurück? Oder ist noch irgendwo ein Gegner? Die gucken doch alle. Irgendwo ist noch ein Gegner. Los! Wir sollten abhauen! Oh. Nee, okay. Jetzt ist Abgang. Okay. Riecht zum Schiff. Oh, warte mal. Ich lasse mal nicht zurück. Mein Dank ist hier gewinnt. Wir sind wieder abhauen. So, und Abgang. Jetzt können wir da rüber. Jetzt haben wir das. Ich werde, glaube ich, bloß mal mit dem Typen da drüben quatschen. Ähm, die Quest von dem machen wir jetzt. Die machen wir gleich. Ich gehe erst mal essen jetzt, ne? Tüpp, 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 tüpp. So. Rückwärtsgang. Ja, ich will das Meer individualisieren. Ich will hier wirklich meine eigene Truppe mir zusammenbauen. Was ist da oben? Warum legt ihr den Mastung? So. Einmal hoch da. Okay, ich bin getarnt. Guck mal, über die Brücken kommst du niemals mit dem Karren drüber. Never. Nach allem, was passiert ist, vielleicht ist Zoma doch verflugt und vom Pech verfolgt. Zoma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, auch ein Ei zu brechen, das würde uns unbebringt. Interessant. Hallo? Hallo? Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Tors Donnerschläge. Wie bist du zu Zomas' Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, war ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. in der hoffnung etwas neues zu sehen mein körper schwand dahin ich war wie benebelt ich irrte umher die sachsen verschlangen mich und spiel mich aus immer und immer wieder bis soma mich fand allein nackt in den fans sie gab mir kleidung und sorgte für mich meiner demütigung ich verdanke ihr mein leben vision können eine eigenartige kraft entfalten was hast du gesehen ich erklommen einen berg während ein löwe und eine schlange auf meinem rücken lasteten ich müde mich ab dann erschien soma und befreite mich von der bürde als wir den gipfel erreichten gab es kaum genug platz um zu stehen wir wankten als würden wir auf einer messerspitze stehen hielten uns einander fest ganz eng ich weiß ich wirke oft unnahbar und verbissen doch die götter sind immer bei uns ich sehe es als meine pflicht soma vor ihrem zorn zu schützen was hältst du von den anderen von lief und bürner lief ist ein begabter seemann wenn auch etwas stürmisch und bürner nun bürner hält das leben für einen großen witz sie war eine schmugglerin und lebte vom lügen als soma kam um sie aus dem dreck zu ziehen bürner gehört zu meinem clan und ich kämpfe an ihrer seite wie respektlos sie auch sein mag aber sie schert sich nicht um ihr schicksal das hilft mir alles nicht ich hätte lust ein paar fackeln zu werfen befreien wir diese dörfer von wiegmunds ratten ich heiße die fackeln und in flamme die pfeilspitzen der rote zweigfresser wird sich dieses ortes nun annehmen okay ach der ich wollte schon blündern da bin ich ja froh dass ich es nicht gemacht habe nein dann muss ich mich nicht ja mal gucken okay ich muss alles in brand stecken hier sind ein fluch der sich auf sie alle legt jedes haus muss brennen okay ich brauche feuer und dass sie helfen soma grant hat rückzustehen dass sie all der mann wickmunds stiefel gelenkt haben hey was ja alles noch mitgekriegen wie ich da rein will da immer so jo ok ich lass mich abstechen ich brauche noch hinweise ich habe keine hinweise ich brauche feuer nein 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 aber tschau bist du um gestreuch rate du machst nicht alarm oh ne 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 alarm ist nicht wie viele hier sind ja so geht nicht es gibt kein alarm mehr hallo ich will drüber hopfen du wirst draben runter aua ich darf mich einfach mit dem einkämpfen hier ich bin auch noch weg so oh komm hoch nein ich würde gerne den typen aufheben aua hallo hallo ja nej nej 댓 Du gehst raus, Odin! Du Tito-Schwein! Odin, mach schon mal drauf! Haltet den Wicht noch dran! Hab dich! Bitteschön! Dein Speer! Da! Wo kommen die her, bitte? Da oben! Das Problem ist, ich hab kein Feuer! Hä? Was sind da aber? Okay, warte mal. Geht das? Kann ich hier? Oh Scheiße! Oh! Okay! Stopp! Da kann ich nicht! Moment! Gleich wieder da! Moment! Das ist schlecht. Ich bin nicht viel! Ich bin nicht viel! Ich bin nicht viel! Ich bin echt zieh! Ich bin echt fast! Ich bin echt viel! Okay, wir haben keinen Weg! Wir beginnen zu sagen. Wir haben einfach alles. So, okay. Wir haben noch 10 Minütchen. Die nutzen wir aus, würde ich sagen. Also in 10 Minuten mache ich eine richtig Pause, okay? Okay, Kampf. Come on, come on, come on, come on. Ab dich. Ab dich. So. So, zack. Du bist erledigt. Ja, das Haus anzünden. Ich weiß, aber wie? Hä? Nein. Nein, nicht den... Nein, 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 nein. Ich kann ja so nicht abbrechen, ne? Das ist halt so dumm. Dass man es nicht abbrechen kann, ist ja so. Ja, die ganzen meisten wieder geschnetzelt hier. Habe ich denn mal hier irgendwo ein Feuer? Ich will oberen so einen Brand setzen. Oh, warte mal. Da war ich noch nicht drin. Hi. Kann ich hier anzünden? Kann ich nicht. Oh, dein Haus brennt. Ich würde gehen. Wenn ich jetzt einfach am Würfel sind, was gegessen sind, so ein Gemotto. So, jo, wird schon nichts passieren. Untertauchen. Oh, klar. Hi. Wir haben es gleich. Eine Hütte muss noch brennen. Nee, da unten ist noch eine Hütte, die brennen muss. Jo, komm her. Hohin mit dir. Danke dir, Eivor. Wir haben dir unseren Random-Dude durch. Hä? Hast du mich jetzt verarschen? Du hast noch nicht mehr mitgekriegt, was hier abgeht? Nein, Mensch. Okay. Ich muss das nicht hinterfragen, ne? Komplett lost, die Leute hier. Pausen, Verplünderung, alles brennt. Oh, schön, was ist drin? Ich lasse mal rein. Oh, nur nicht hetzen und so. Nee. Ach, der Geruch brennender Reetdächer und gelimmender Torffeuer. Geht's ja. Kommt der jetzt hier hoch, der Typ? Da drin, also. Wo geht er hin? Also ich muss sagen, ich traue dem anderen Typen am wenigsten bis jetzt, ne? Hm. Das hat sich gelohnt. Das kann Wiegmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surz selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Der gestankt des Verrats. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. Die haben, die, alle drei haben irgendwie so, meh. Alle drei sind irgendwie schwierig. Gefühlt. Hm, 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 hm. Ich bin die Birna, hm. Weiß nicht. Ich würd's ja, ich würd's halt keinem von den dreien zutrauen. Ich bin nicht so gut bei sowas. Ich würd's keinem von den dreien zutrauen. Ich hasse solche Sachen. Und der einzige Hinweis, da hab ich mich wahrscheinlich zu schnell getötet. Der mir hätte helfen können bei einer Entscheidung. Entschuldigung, Pferd, wollte ich nicht. Ich bin... Kannst weggehen, ich falle immer nach dem Falschen. Ach ja, ich setz auf, komm. Damit's nicht umsonst hierher geritten ist. Will ja aber nicht so sein. Ich speichere mal vorher. Weil ich nicht weiß, wie die Sache ausgeht. Was ist das hier? Händler oder so? Nee, Händler ist in der Hütte. Müsst ihr eigentlich auch mal reingehen. So. Von mir erfahrt ihr nichts. Gar nicht. Die haben Leute hier an den Flock gestellt, okay. Für Infos. Ich brauch nur irgendwie eine Info. Ich will mich echt nicht selber entscheiden müssen. Weil ich mal dem würde es am ehesten zutrauen. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Granthas hätte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Okay. Wir müssen alle mich angucken. Knuddelwolfi, Knuddelknuddel. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Gottlose Heiden. Granthabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Waledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Er weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel. Nein. Er ist auf der Insel Ilge. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Das ging schnell. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänker. Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle. Möge Gott euren Seelen. Ups. Wirklich? Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wigmund ist also auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Er muss ja wissen, der Wigmund. Ich will dir folgen und großen Ruhm ernten. Willfield de Gierschlund hat von einem Erfolg gehört und wäre gern, sich dann im Klaren anzuschließen. Jungs Bikinger sind ehrwache Krieger, die eine Strecke halten, wo es folgen und erleben kommt. Komm, beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir deinen Platz an der großen Tafel. Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Nein, ich bin nicht bereit. Birna ist in dich verliebt. Nichterwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Leif wünscht sich, er wäre auch ein Führer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leif genießt einen hohen Stellenwert in meinem Plan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Sie verteidigt alle. Sie macht alle Punkte, die ich habe, zunichte. Leif missbilligt die Art, wie du Granterbrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leif sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Das ist kein Grund, eigentlich. Galen nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Galen sagte, er sei halbtot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja. Die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Cool. Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelb bemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen. Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fens ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Skier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Ein gelbes Langschiff. Wo ich noch nicht war, nach Hinweisen zu suchen, ne? Hier unten. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Hier unten. Gelbe Farbe. Eine Spur gelber Farbspritzer. Hm. Ja gut, sie wurden ihm ja gestohlen, hat er gesagt. Weil er muss natürlich nicht sein, ne? Kusch, kusch, bleib meiner Burg fern und meiner Brut, meinen süßen Katzenkindern. Kusch, du olle Dänen! Hm. Der Hillen. Meine armen Felder. Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten. Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Ach, die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha, ihr Heiden und eure Götter. Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schir zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder. Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Okay. Die gelbe Farbe geht da lang weiter. Dann gucken wir dann gleich mal. Vielleicht können wir gleich mal ein Problem lösen. Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freya der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freya? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Okay. Ich mache kurz Pause und gehe jetzt essen. Minimal creepy. So, ich gehe kurz essen. Ich komme euch wieder. Wir hören und sehen uns sofort wieder. Ich mache euch Musik an, okay? So, bis gleich. Ich mache euch zusammen. Musik an, okay? Musik an, okay? Musik an, okay? Musik an, okay? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es wäre aber nicht gesunken, oder? Warte mal. Wo habe ich denn die alle gefunden? Den einen Typen? Also hier vorne, Soma, da war ihr Hauptschiff. Den einen Typen auf dem Hochstand mit den Wölfen. Die war auf der anderen Seite eingesperrt. Wobei, die waren eingesperrt, aber die waren nicht gefesselt. Birna war eingesperrt, aber nicht gefesselt. Guck mal einer an. Dieser Schiffbauer liebt seine Kunst und es gilt, dass er trägt seine Ehre vom Herz wie ein Schild. Ist das gelb? Das ist aber nicht gelb. Nee. Live haben wir hier gefunden. Genau, hier haben wir live gefunden. Aber das Schiff war nicht gelb. Da vorne. Kann ich mit so einem Schiff, mit so einem Boot darüber? Ja, kann ich. Das ist aber auch nicht gelb. Das ist aber auch nicht gelb. Da steht hier ein Pferd im Fluss. Da drüben würde ich gerne mal gucken. Wir fahren mal hier rum und gucken mal, wovon da irgendwas ist. Hier rechts ist irgendwas. Da vorne haben wir geplündert. Suche im Granthabrück nach Hinweisen. Das haben wir ja gemacht. Suche im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Suche im Sumpf. Nachhinein wir die Langschiff. Hier ist kein Langschiff. Da wollte ich hin, genau. Da ist ein Schiff. Guck mal. Die Frage ist, ist es gelb? Ja, guck mal. Ja, guck mal einer an. Ja, guck mal einer an. Die wissen nicht, woher es kam. Der hat es gesehen, oder? Hey, guck mal einer an. Hey, du, guck mal her. Psch, 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 psch. Die anderen zwei gucken da links. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der ist weg. Die Erdbeerkuchenstücke. Nee, den Erdbeerkuchen kann ich noch nicht essen, den gibt's erst morgen. Und ich habe gerade, ich war gerade essen. Wolfi, ich war gerade essen. Rostau, also zwei Rostau, Kartoffelsalat und ein Stück Kuchen, gab es auch noch. Guck mal. Du hast doch, egal. 記 highest ist. Nick Flandrum, ich war wieder 자기. Der hat aber nix dabei. Hi. Nein. Hast du was dabei? Nee. Das ist aber das gelbe Schiff. Also entweder das ist Birna, also es ist nicht live. Entweder das ist Birna oder dieser andere mit den Visionen. Ach, guck mal, wo wir hier sind. Ich weiß, wer das war. Wen haben wir hier gefunden? Hm. Wen haben wir wohl hier gefunden? Hm. Na, guck nach, staune. Ich hoffe, wo keine... Können wir mal sechs sein? Ja. Das wird der gewesen sein. Weil hier haben wir den ja gefunden. Ist hier noch irgendwas? Na, die haben wir den Typen ja gefunden, ne? Und das ist ja, als wir... Die mussten ja abhauen. Ja, das wird der Typ sein. Ich bin mir zu 95% sicher, dass das ist. Oh, Nudelauflauf. Das klingt lecker, Wolfi. Das klingt aber lecker. Ich bin mir... Ich weiß, wer es ist. Ja, ich denke, ich weiß, wer es ist. Ich würde mich... Ich denke, ich würde mich festlegen. Hm. Das war doch dieser... Ähm... Der dritte im Bunde, bei dem ich war. Der war's. Ich bin mir jetzt ziemlich, ziemlich sicher, dass er es war. Weil... Ihn haben wir nämlich genau da oben drauf gefunden. Und der war alleine. Schwere Angriffe sind langsamer, fühlender, höheren Schadenzug. Wumm. Weil ich das cooler finde. Metzeln. Das muss ich mal irgendwo einsetzen. Das ist voll cool. So. Irgendwo noch Hinweise. Irgendwas, was ich übersehen könnte. Frantabrück. Hier soll ich mich auch noch hinweisen. Also hier könnte ich mich nach Hinweisen umschauen. Ich meine, es gab ja dort keinen fortführenden Hinweis. Also muss es das ja gewesen sein. Also muss er es ja gewesen sein. Sonst gäbe es ja... Da gab es ja auch nichts mehr. Warte mal. Was ist denn das da oben, was mir gerade angezeigt wird? Was wird mir da oben gerade angezeigt? Warte mal. Gut, speichern. Was ist denn das? Das ist 100 Meter... Was ist... Sind die das? Ha! Warte mal. Hast du was gesehen? Hallo. Du hast nicht zufällig was gesehen? Du da. Hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Granterbrück gesehen? Nein. Ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Okay. Sie trank die ganze Nacht mit Birna. Das heißt, die wird es auch nicht gewesen sein. Dann ist es für mich eigentlich jetzt klar. Das ist noch ein interessanter Hinweis. Wer ist das? Wer ist das? Kann ich da einfach rein oder... Wer ist das? Sie trank den ganzen Abend mit Birna. Das heißt, Birna wird es nicht gewesen sein. Bühnchen, geht mal rüber. Hi. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Die war es nicht. Ich fand diesen Brief, laut dem die Sachsen ein gelbbemaltes Langschiff nicht angreifen sollten. Keines unserer Langschiffe ist gelb. Nicht, dass ich wüsste. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht. Mit Nebel und allem. Mhm. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Oh, tut mir voll leid. Ah, ich muss allgemein mehr Sportstreite gewinnen. Birner, Granthabrück wurde nicht zufällig erobert. Jemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Vergiss es. Ich muss jetzt gehen. Will ich ihn damit konfrontieren? Ich glaube, ich konfrontiere ihn nicht damit. Ich gehe direkt... Ich glaube, ich gehe direkt zu ihr. Ich konfrontiere niemanden damit. Ich stelle es vor vollendete Tatsachen. Ja. Ja, ist mir lieber. Nee. Hast du in Granthabrück schier genügend Hinweise gefunden? Ja. Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Garlin. Ich bin mir zu 500 Sekunden, dass es Garlin ist. Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Ja. Ja. Captain. Hi. Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Ja. Ja. Sie war es definitiv nicht. Live glaube ich nicht. Boah, ich hoffe, ich liege nicht falsch. Ich habe jetzt gar richtig Bammel. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jalskona muss. Hackt sie ihm jetzt standrechtlich den Kopf ab? Ich will seine Reaktionen sehen auf die Anschuldigung. Ganz links. Meine Familie. Mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wigmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin. Du hast mich verraten, Garlin. Das habe ich nicht. Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden. Die Stadt verwüstert. Kann ich mich doch falsch entscheiden? Und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben, wichtiger nehmen als uns alle? War erst? Bitte sagst du es erst mal. Scheiße. Er glaubte zu sehr ans Schicksal. Und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Sie war es definitiv nicht. 100%. Er fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht. Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Boah, bitte sag, dass ich richtig gehandelt habe. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu feilen. Und doch ist sie von einer Last befreit erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Warum sollte es aber nicht gehen? Also habe ich richtig gehandelt. Ich habe einen eisernen Mark und mächtig Lust. Ich glaube, ich habe richtig gehandelt. Ich glaube, es war richtig. Wer ist das hier? Ein Horn? Nee. Ich glaube, es war richtig. Sammle dich mit Somas Clan. Wo? Okay. Und wo sollen die sein? Hier? Los da. Hier sind die drin. Das habe ich schon geplündert. Oh. Ja, gut. Ich war da schon blind und da gibt es eigentlich gar nichts mehr. Titan ist ein sehr seltenes Aufwertungsmaterial, das nur in den schwierigsten Gebieten des Spiels zu finden ist. Spüre es mit Hilfe deiner Serapen aus der Ferne auf. Klingt echt schon cool. Ich habe neue Klamotten gekriegt, ne? Da kann ich jetzt hier nicht gucken. Das ist Ladasqueen. Mann, ich will, ich habe neue, ich habe, was habe ich bekommen? Jägerrüstung, ne? Ich hätte gerne die Wolfsrüstung. Das heißt einfach Wolfsrüstung. Obwohl die Bären, ich glaube damals bei Witcher, bei Witcher 3 hatte ich mir, glaube ich, die Bärenrüstung gemacht, weil die hat so einen geilen Pelz gehabt hier und so. Und die sah richtig so fett aus und mit Metall überall dran und sah richtig geil aus. Mal gucken, wie, ich würde gerne sehen, wie die Rüstungen aussehen, die Bärenrüstungen. Und das heißt, da drüben ist er drin. Und die sammeln sich gerade da drüben irgendwo. Ist mein Schiff hier unten? Ha, ist es nicht. Nein. Wo sind die? Ja, Freunde, da komme ich auch hin. Könnt ihr nicht ein bisschen näher? Scheiße, jetzt muss ich schwimmen. Meine Leute, das sind echt schon ein paar Helden, ne? Das sind so richtig besondere Helden manchmal. Hoppala. Was macht er? Ah, bitte hoch. Hä? Oh. Ist okay. Passt schon. Ich bin aus dem Land gekommen, Freunde. Hoppala. Passt gut. Ah, hier sind sie. Warte mal. Kurz gucken. Also. Inventar. Ich habe eine neue Rüstung. Die hier. Vergleichen. Oh. Überlegener Torso. Das ist ein Wolfs-Symbol. Ich liebe das schon jetzt. Wenn du Gegner aus über 20 Metern triffst, wird Fernkampfschaden erhöht. Suche Verbesserung für Tempo. Wenn ich 5 von 5 habe. Rabenklaren Satz. Ich würde das verbessern, die Jägerrüstung. Wenn ich die restlichen Teile... Habe ich alle Teile? Ne, ne? Ich habe bloß ein Teil gefunden, ne? Ich habe bloß ein Teil gefunden. Plünderer-Axt. Varens-Axt. Das ist die Axt von meinem Vater. Rüskal-Axt. Kann ich mal ganz kurz... Okay. Ne. Das passt schon. Die ist im Metall noch besser. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Eine Mahlzeit mehr. Oh ja. Oh ja. Ich könnte das doch erstmal upgraden, ne? Ich bin immer noch ziemlich low. Eigentlich, was das angeht. Boah, ich hoffe, das war richtig. Aber ich glaube, er war es halt wirklich. Die verräterische Ratte ist jetzt in Hilfe. Und wird sich vor den verlängenden Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Wenn einer von den beiden dann zu mir kommt, hat der Motto so, du hast den Falschen erwischt, ne? Boah, dann ärgere ich mich aber richtig. Hi. Soma. Eivor. Du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Beim ersten Anzeichen von Ärger. Das heißt, ich gehe alleine da rein. Wirst du mir jetzt sagen. Ja, gut, ne? Er hat sich im Kloster gezogen. Finde und töte Wigmund. Hallo, ich würde gerne... Ich sehe nichts. Ah, nee. Hä? Ich könnte eine Plündertour starten. Kann ich mich eigentlich... hier tarnen mit einer Kapuze? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Äh. Er versteckt sich. Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn nicht... Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Eivor. Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wigmunds Namen. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Äh. Ja, ich mache das richtig schön auffällig. Ich will erstmal irgendwie Stealthy da einen Weg reinfinden. Hey, du. Komm her, hier. Ich will so ein paar Außenrennen nehmen. Weniger Probleme. Mir juckt's in den Fingern. Wo ist die Ratte? Hey. Komm her, du. Ciao. Psst. Ich könnte aufs Dach... Aufs Dach wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich reiße ihm mit bloßen Zähnen die Kehle aus dem Heiz. Soma... Oh, scheiße. Soma, kannst du bitte still sein? Ja, ganz toll. Äh. Okay, das ist gut. Okay, okay, okay. Scheiße, sind das viele. Ich will gehen mal ein bisschen mehr, ne, ein bisschen mehr Assassin's Creed-like hier vorgehen eigentlich. Oh, Alter. Kannst du's verlassen, bitte? Ich hab mich gerade nicht unterschraubt. Ich dachte, der kommt dann raus. Scheiße. Ähm. Sieht der nicht. Bester Posten ever. Kriegt das der links mit, wenn ich den wegmäuche? Das sieht der. Ey, wo? Bleib mal kurz. Lass dich mal hängen, ganz kurz. Geh weg. Scheiße. Wir hätten das jetzt gesehen, bitte. Durch das Fenster, bis wir jetzt verarschen. Wenn der Wigmund, oder der Wigmund es dann sagt, so, es war ein anderer, ne? Ist der eigentlich hier? Auch erzähl. Ja. Gibt es den Eingang? Ich bin umsonst jetzt hier hochgekraxelt, oder? Es gibt hier keinen Eingang. Mann, ich dachte, ich finde so einen coolen Weg. Hab dich. Oh. Ups. Evo, geh da hoch. Mach mal jetzt nicht diesen. Hört der dort nicht. Unten läuft hier mal ein normales rum. Ist er das? Ne, das sind normale Leute, glaube ich. Der eine steht hier unten. Hier sind Mönche. Wenn ihr jetzt hier um 100 Jumpe fällt es halt auch auf, ne? Ich überlege, ich würde gerne mal so richtig schön, ne? So vorgehen auch. Hier stehen die Mönche, da müssen sie mich jetzt verarschen. Fällt keinem auf. Okay, die Mönche haben es schon mal gecheckt. Die machen Abgang. Da unten, die laufen auch mit gezückten Waffen rum. Die im Haus haben es nicht gecheckt. Okay. Gut, 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 gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Ah, da kommt einer, der geht gucken. Da denkt sich so, oh. Habe ich doch mitgekriegt. Da sind Mönche weggerannt. Da muss was sein, aber ich laufe in die falsche Richtung. Um die nächsten zwei. Der ist für mich die Wache hier unten. Der direkt unter uns. Von der steht jetzt für mich irgendeiner Typ. Wie viele da rumlaufen, keiner sieht die Toten. Was? Bitte? Keiner sieht das halt. Den sieht man doch auch schon, wenn der tot liegt, oder? Scheiße. Hast du nicht gesehen. Oh. Komm zurück! Jonah! Jetzt wäre der Moment. Oh. Jesus, führe meine Liebe! Sei einfach still, sonst sind die alle dicht. Gar nicht still sein, okay? Einfach die Karate. Das hat leider nicht gar noch mitgekriegt. Wo ist eigentlich so mal hin? Ja. Oh, Jan! Ich warte mal kurz, da kann ich nicht anders laufen. Da läuft die andere Richtung lang, oder? Ne, da läuft die andere Richtung, ok. Oh, einer sitzt da. Oh mein Gott, ist mich auch noch tot. So, wer bist du? Also, da war's. So, was ist hier? Bleibt im Sumpf fern. Sie lauert im Sumpf eine grausige, lästige Gestalt. Sie störend heißt, einen Dämon zu wecken. Und zwar die Art, die deine Seele verschlingt. So heißt ich nicht hier... Warum ist denn das Ding hier? Das hab ich schon geblüht. Ich bin ja schon mal durchgehorcht. Da ist der ganz da oben wahrscheinlich. Im Turm da drüben? Kann ich das so schießen von hier? Nee, kann ich nicht. Wo ist du mal eigentlich hin? Ich schüpf mal da hoch. Komm ich hier hoch? Ja, komm ich. Danni, frei. Warte. Kann ich hier hoch? Da ist der nur drüben drin. Ich kann Wigmunds Angst spielen. Der ist in dem Ding drin. Es juckt mir in den Fingern ihn zu töten, Eivor. Geduld. Ich greife an, wenn die Zeit reif ist. Okay, ich hab ne Ide... Spiel. Ich muss hier rüber. Genau, 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 genau. Stopp. Sachte. Hinhocken. Ich weiß nicht, wo er drin ist. Da oben kann ich rein sneaken. Es ist wahrscheinlich in dem Ding drin. Das heißt, wir sneaken uns da rein. Und machen gleich so ein schönes Attentat. Ich würde gerne ein bisschen was hören, ne? So ein bisschen reden. Ich würde ein bisschen reden. Ich will hören, ob ich richtig lag oder ob ich nicht richtig lag. Die sehen er mir auf dem Balken hockt. Rede mal ein bisschen. Lag ich richtig oder nicht? Irgendjemand hat ihm Granta Brück auf dem Silbertablett serviert. Hat er gesagt, sie hat uns Granta Brück auf dem Silbertablett serviert? Was? Kann aber nicht sein. Kann aber nicht sein. Es muss ehrlich gewesen sein. Ich will nicht mehr da durch. Weil der Endpatz im Weg steht. Oder jetzt. Wir haben nur uns den Spaß. Interessante Animation. Alles klar. Komplett weggemetzelt. Das war cool. Nicht so krassen Kampf da durchmetzeln, sondern einfach so schön. Das war cool. War was anderes. Haltet sie auf! Die Heiden! Die Wikingerin! Stoppt sie! Sie will mich auswärts! Mich aus euren Köpfen verbannen! So kämpft doch für mich! Sterbt für mich! Sterbt für mich! Wow! So bittet man aber nicht um Aufopferung. Ihr Leben für deines. Was? Ist es das was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum. Aber mein Name lebt bei deinem. Werung eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name traut bald nur noch zum Fluchen. So sei es! Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen. Verleicht mir nur noch mehr! Mag ich auch sterben! Mein Orden lebt woanders weiter! Überall! Sein Orden? Fügt euch! Gebt uns was uns zusteht! Den Handel! Den Reichtum! Das Vermächtnis! Alles! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Was ist mit dem los? Falls es eurer Hölle wirklich geht, freut es mich, dass du siehst. Wenn du sie bald sehen musst. Was hat sie ihm jetzt weggenommen? Ach, nochmal so eine silberne Münze. Okay. Die bringe ich zu den zwei Avacinen. Oh, besser! Da war ja noch was! Hab ich vergessen! Wurde mit mir ausgeschaltet. Zurück! Ehe ich mich vergesse und hier alles nie... Ja! Ihr könnt... Neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Ähm... Könntest du mir helfen? Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Es stimmt. Ich weiß, dass du recht hast. Wo bist du? Wo ist die? Nein! Ich will... Hä? Oh, sie kämpft da unten! Hab nichts gesagt! Kann ich da unten schalten? Wie wichtig? Ähm... Au! Ich helf mal! Der ist ja mit der Große in mir. Ha! Aua! Ich muss weg! Ich muss weg! Längst! 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 Meine hat's überlebt! Hier! Und Axt! Axt im Rücken, du Axt im Kopf! Okay! Kann man machen! Warum nicht? Und in Ordnung... Längst! Okay! So, Lootern! Nehmen wir! Wir müssen jetzt hier raus! möglichst leise kehre zum lager zurück ohne dass die ganze truppe überhaupt gebraucht wurde ich habe gehofft von ihm noch zu hören ob ich richtig gelegen habe oder er nicht hier habe ich doch aufgeschlossen hier 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 Ah, hier war ich schon. Jetzt müssen wir, glaube ich, raus sein, ne? Ja. Perfekt. Oh, total. Hier, noch Erzmaschinen. So. Das Lager wurde hinten. Gut. Haben wir das geschafft. Sogar mal im Stealth-Modus. Nicht immer nur im Hau-Drauf-Modus. Oh, gut. Jetzt will ich mal, ob noch irgendwas erzählt wird und gesagt wird. Ich hätte gerne echt noch mal eine Bestätigung. Der ist wirklich wahr. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich meine, ja, er hatte diese Visions... ...dieses Visionsgedöns da, aber... ...zurde, jetzt müssen wir uns wohl gesagt, ob das richtig war. ...dass er aufgrund dieser Visionen das gemacht hat. Eure Hilfe braucht man nicht. War alles gut. Kein Problem. Kein Geschehen. Kein Ding. Wir sind sie doch schon. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Garlin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ich hätte an deiner Stelle dasselbe getan. Das beruhigt mich. Aber da war noch was. Das Heer ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Kona Soma. Ich danke dir zutiefst. Okay, wir haben den ersten Verbündeten. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns... Auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Granterbrück wieder. Auf etwas geeinigt? Beziehungstechnisch oder wie oder was? Hä? Eivor! Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränke. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Natur gewaltt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Granterbrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ah, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräben. Und der ganze schmuddelige Scham ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Oh. Für sie sind Granterbrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir. In deinem Clan. Was? Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern. Wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Cool. Du bist herzlich willkommen, Dränke. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Okay, das ist cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte so, yo, die sind jetzt zusammen. Dass die ist mit uns gekommen, aber habe ich gar nicht gerechnet. Okay. Ja klar, warum nicht? Why not? Kaum überraschend, aber okay. Mir scheint der Wind ruft mich zurück zur Randweg. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Oh, warte mal. Schwere Entscheidung. Aber ich habe es eigentlich richtig gemacht. Boah, hätte ich die getötet, das wäre ja voll debris gewesen. Hätte ich die getötet, dann wäre es ja komplett lost. Ich will auch mal gucken, ob ich die eine habe ich ja noch angeheuert, die Jomsvikingerin. Ob ich die jetzt in meine Crew reinpacken kann und ob ich den Typen austauschen kann, den ich ja habe, wenn ja, mache ich so eine komplette Schildmeiden-Crew. Da hätte ich Bock drauf. Das wäre cool. So eine komplette Plündertour nur mit Schildmeiden. Das wäre cool. Jeder Ausstattungsgegenstand ist einzigartig und bringt einige Vorteile mit sich. Ich müsste noch ein paar finden. Ich habe bis jetzt nur ein einziges. Ich muss im Endeffekt diese ganzen Schatzdinger machen. Einfach um mehr Klamotten, Waffen und alles zu finden. Gibt es auch legendäre Sachen bestimmt, oder? Einfach nur Kopf ausschalten und um dich rumschlagen. Mitten reinstellen in die Feinde und dann... Bei einem Boss kommt das doch richtig geil. Wenn der Angriff dem Boss Stunt, ist das... Ne, das Stunt dem nicht, aber ultimativ. Das wäre zu OP, wenn das den Stunt. Das wäre cool. Das wäre cool. Oh, lol. Das ist neu. Ah, gut. Evo ist hier. Nun können wir das klären. Äh, was? Worum geht es denn dieses Mal, hm? Dieser Spielverderber will Erstre nicht feiern. Es ist Tag und Nacht gleiche. Der Schleier zwischen unseren Welten wird gefährlich dünn sein. Wir müssen uns... Ostern im Noten. Wie geil. Das ist wegen Ostern. Das ist wegen Ostern, nicht Ostern. Cool. Das machen wir immer. Das machen wir immer. Außerdem gibt es einige Veranstaltungen, unter anderem mein paar Lieblinge vom Juhlfest. Hahaha. Der ganze Lärm und Spaß wird die Geister anlocken. Ich werde dir helfen, die Siedlung vor ihnen zu schützen, Alvis. Gut. Suche mich nach Einbruch der Nacht auf. Und bevor er dir die Eierjagd erklärt, wisse, dass ich dazu genötigt wurde. Wohl an. Es gibt viel zu tun. Du könntest Norwid beim Schmücken helfen und Maida braucht etwas auf Mund herum. Cool. Sie hat es nicht gut aufgenommen, dass sie zur Frühjahrskönigin gekrönt wurde. Aber das ist doch gut, oder nicht? Es gibt also viel zu tun. Und diese Eierjagd? Die hat bereits begonnen. Sag Bescheid, wenn du dafür bereit bist. Okay. Das ist cool. Esterfest. Esterfest. Cool. Wohl viel, knall, knall. Mehr Request angenommen. Ja. Was bist du? Norwid. Ich habe gehört, du brauchst meine Hilfe. So ist es. Es hat mich so viel Zeit gekostet, meinen Laden mit neuen Waren für Eastra zu bestücken, dass ich die Siedlung noch gar nicht schmücken konnte. Also soll ich das übernehmen? So ist es. Hier ein neues Banner, dort ein Haufen Knochen. Mach meinetwegen auch was mit dem großen Baum. Ich fürchte, mein Geschmack entspricht womöglich nicht dem der anderen. Unfug, das schaffst du schon. Oh, vergiss nicht ein paar der Spiele auszuprobieren. Man kann nie genug Festmarken haben. Ich habe ein paar wirklich tolle Sachen für dich. Hier, nimm ein paar Marken aufs Haus. Dankeschön. Ich werde beim Schmücken der Siedlung mein Bestes geben. Aber wenn es misslingt, gebe ich dir die Schuld. Ähm. Okay. Was hast du für ein Paar? Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich nur. Ein Rabenkostüm. Äh, wie viel Marken? Kleine Fädenfalle. Oh mein Gott, man kann so geile Sachen aufstellen. Also, ich möchte das haben. Ich möchte das haben. Okay. Ähm, ja, komme ich nochmal wieder. Ich brauche Marken. Ganz viele. Ähm. Was hier unten? Was ist hier los? Ja, da ist Green. Ich habe noch nie etwas von einem Flusscampen gehört. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber frag ruhig Eivor. Sunifa. Und ein Fremdling. Was führt dich zu uns? Wagen uns eine Mannschaft behaupten, große Schätze zu erbeuten. Sie wollen sich Reffnatorb anschließen. Wenn ihr zu uns gehören wollt, so verlangen wir nur harte Arbeit und Treue. Silber oder Gold sind nicht nötig. Wir würden es aber auch nicht ablehnen. Schön, dich zu treffen, Eivor. Und es winkt dir mehr als nur edle Metalle. Wir erscheinen vielleicht müde und zerlumpt. Aber wir kennen geheime Wege entlang Englerlands Küste, an denen du reiche Güter für Reffnatorb finden wirst. Oh, oh, ja, 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 ja. Und wer wollt sie mit uns teilen? Warum? Wenn sich der Tisch vor zu viel Köstlichkeiten biegt, ruft man Freunde, um gemeinsam zu genießen. Ich mag den. Den hätte ich gerne mal in der Kuh. Ich zeige es dir. Ich nehme dich mit auf einen Raubzug, sobald unser Schiff geflickt ist. Ich weiß das Angebot zu schätzen und nehme es gerne an. Der wirkt richtig sympathisch, den mag ich. Der kann sich mit einer Kuh anschließen, der wäre cool. Ich kann mir diesen einen Grießkram-Typ hier rausschmeißen. Der irgendwie schon angepisst ist, dass er es auf mich hören muss. Den können wir rausschmeißen. Wie gefällt dir unsere Anlegestelle? Ah, sie ist unseres Langschiffs würdig. Komm und sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich gucke mich ganz kurz nach oben, okay? Wir können gleich loslegen, Kollege. Ach du Scheibe, wie viel, was, wo? Errichte Heidjams Bruderschaftshaus. So viel habe ich gerade nicht. In fünf Tagen. Ach du Backe. Geisterschutz. Alles Sachen, für die ich Marken kriege, nehme ich an. Hafnaton. Wenn ich noch ein Upgrade mache, ist es nächste Stufe. Ich gucke mal, ob ich genug Zeug habe für das Bruderschaftshaus. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe kein Zeug mehr. Ich glaube, ich habe das alles schon aufgebraucht gehabt. Ich gucke mal, ich gucke mal die Fädenfahrt. Ach, sieht das alles schön aus hier. Oh mein Gott. Evo, lauf mal in Ruhe. Ach so, ist hier irgendwo so ein... Hier ist ein Typi, den ich herausfordern kann. Anheuern. Warte mal, wo kann ich denn Leute um? Hier bei dem, oder? Ruf meinen Jums-Wikinger auf. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Wo ist denn der Typ, den ich... Ich habe es wegen nur von Freunden. Ach so, die habe ich angeheuert, ne? Jums-Wikinger angeheuert. Hundert? Alles okay. Hm. Ich habe da nicht so viele Leute. Kann ich die Community... Aber das ist... Die hat so einen Helm auf. Das sieht halt kacke aus, ne? Man soll die Gesichter schon sehen. Und Helm ist irgendwie doof. Nee, warte mal. Was kann ich... Also gut. Hol mir meinen Hauptmann. Ich kann meinen Hauptmann ausrüsten. Uck, der Rippenbrecher. Den würde ich jetzt so gerne ändern, ne? Hm. Schade, dass das nicht mehr geht. Wir sehen uns bald wieder. Äh, ne. Im Dringung ist noch kein Mäh drin. Ne, ne. Da ist noch Energy drin. Der Mäh hält noch. Verzieren. Ich habe ja keine Verzierung. Ach, guck mal, wer meint... Nee, ist das Birne? Schön, dich zu sehen. Nee, ist sie nicht. Schmied. Hi. Wer bist du? Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Hi. Wer bist du? Ich kenne euch nicht, Freunde. Was hat euch in unsere Siedlung geführt? Seid ihr Händler? Ah, hallo, hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Momentan ja. Dieses Spiel. Hm, 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 hm. Ja. Ich habe immer diesen Hinterkopf, ne? Dass ich meinen großen, dass ich meinen großen Bruder verraten werde, irgendwann. Hm. Hm. Ja, schwierig. Ich will nicht, dass er Schicksal recht hat. Aber ich würde jetzt das sagen. Wir kommen im Namen der Tausend Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Das stimmt nicht. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der Tausend Augen. Was? Das Oberhaupt unserer Gilde. Was? Eine Legende. Ein Held des Volkes. Was? Und der reichste Händler westlich des Indos. Vor dir steht Reda. Meint er dich? Ich wiederhole mich nur ganz. Was? Du bist Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Gossen mir bekannt vor. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Vielleicht haben wir uns in einem früheren Leben getroffen. Ne, unwahrscheinlich. Vielleicht ist es mein Allerweltsgesicht. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Okay, Lien. Was? Irgendeine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand. Aber es gibt einen Haar. Meierklau. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Okay. Interessant. Da hab ich ein paar. Was für eine seltsame Farbe. Da hab ich welche. Darf ich? Natürlich. Du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Okay. Nun, sieh her. Das sind die Waren, die ich anbiete. Ich hab Opale. Loll, das sind... Oh, düstere Male. Rumpf vorn. Rumpf vorn? Ach, der Tour. Ich wollte gerade sagen, was ist das für... Oh, warte, warte, warte. Oh, das ist jungen. Wie viel hab ich denn? 54. Okay, warte. Kann mir die leisten. Nie viel Haie im Helm. Kann ich mal gucken, wie der aussieht, bitte. Schwerer Schaden wird durch Ausweichen erhöht. Blutartoten. Das gefällt mir schon jetzt. Du kannst nämlich hier einfach alles sammeln und irgendwie hier neues Zeug holen. Irgendwas 1.000 verkaufen. Bist du auch eine Freundin der 1.000 Augen? Mega geil. Und was bedeutet das genau? Ich finde das gerade so schön, dass ich gar nicht mehr in den Überbruch fliege. Das sieht so schön aus. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Okay. Sie sind meine Augen. Gelber Schal und so. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge anlegen. Okay. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Okay, cool. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Mann, entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Damit es so klein ist, ist das ein ganz schöner Schleimer. Ich habe 50 Euro Paare bekommen. Okay. Ich habe nicht genug, oder? Wo habe ich bitte so viel her? Freunde, ich kann ein Haus bauen. Jetzt habe ich so viele Ressourcen. Ich habe doch zwei Dinger geplündert. Dann habe ich die zwei Häuser gebaut. Wo habe ich denn das her? Kriegt man jedes Mal, wenn man plündert, ein bisschen was? Dann würde das Sinn machen. So, jetzt habe ich mal ihr Bruderschaftshaus. Cool. Kann ich diese Silbermedaille, also diese Münze, die ich bekommen habe, von dem Tod, von dem Typen gerade, kann ich das dem geben? Stimmt, oder? Level Up, Bruderschaftshaus der Verborgenen. Jetzt haben sie wieder, jetzt, oh, Level Up, von der Siedlung. Ja, zeig es mir halt nicht an. Hier werde ich gut arbeiten können, Evo. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerland Fleisch. Ich habe so Lust drauf. Wo er am stärksten ist und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. Okay. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Hm. Ich rede mit Ranvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Also meinem Bruder zu folgen, denke ich mal, ist so die Hauptstory. Die will ich jetzt noch nicht machen. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Okay. Kriegt eigentlich so Klamotten? Die sehen cool aus irgendwie mit dem... Boah. Kann ich da Pelz oben dran haben? Ja, das ist ein Stück. Ich kümmer an mich. Weiter. Im Haus gucke ich mich da erstmal um in Ruhe. Attentat. Da. Was wäre mir jetzt bei mir? Du atmest, der Schwerheit haben. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruhe dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Kämpft er jetzt gegen mich? Würde ich für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein. Nur eine Beobachtung. Will er jetzt gegen mich kämpfen? Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Ich finde die Siedlung voll schön eigentlich auch. Weiter. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schon verlassen. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Hä? Das macht es nicht klarer. Doch. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fließt oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung. Und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fach. Nein, Erkenntnis. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Haha, das ist ja keine Überraschung mehr. Ich weiß da, was passiert. Um ihn durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Oh, die Schmännerlinge überall so schön. Oh Mann, oh. Das haben sie echt schön zum Osterfest gemacht. Die haben mit Noten einfach die besten. Feste, das ist eigentlich einfach super. So, jetzt mal die Bären. Na dann. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion. Warte. Sieh zu. Steht er da rechts? Der Waldboden fing dich auf. Eivor, diese Seite an dir ist mir neu. Gib dir Furcht nicht nach. Erobere sie. Ich könnte es nicht. Ich sah meinen Tod in Vision. Es war nicht hier und nicht heute. Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spülte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ja. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Ah, der Klasse steht Todesprung. Du hast den Todesprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf Meer aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Hast du dich an das Siegelt, dass du bei Kjötwies Leiche gefunden hast? Ja. Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst, wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden... Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen Dunkeln er sich auch versteckt und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die königreiche Englerlands und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randliebe sprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhundert nutzten die verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab sechs von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen haben. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Heiden. Muss ich wirklich an das Symbol ausschalten, dann wird mir das angezeigt. Ich fände es schon... Ui, Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist eine Geheimorganisation von Heiden, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, um ihr dogmatisches Weltbild zu verbreiten. Um sie auszumerzen, musst du Hinweise in der Welt finden. Eiferer. Eiferer heißen die angeheuerten Söldner, die dem Orden dienen und ihre Erlässe durchsetzen. Wenn du sie aufspürst und ausschaltest, kannst du Hinweise auf die Identität von Orden... Uh! Enthülle und ausschalten. Hinweise kannst du auch erlangen... Ah, es greift meine Nase. Hinweise kannst du auch erlangen, indem du Bündnisse schmiedest, Englerland erkundest und Hilfsbedürftigen unterstützt. Sobald du alle Hinweise zu einem bestimmten Orden gefunden hast, wird ihre Identität offenbart und sie können aufgespürt werden. Hierarchie des Ordens. Ordenmitglieder haben eine Hierarchie. Wenn du einen Paladin oder Pfarrer tötest, Pfarrer tötest, kannst du Hinweise auf ihren Magister finden und irgendwann auch den Großmeister aufdecken. Also, Wigmund haben wir weggemacht. Der Hirtenstab, gefundene Hinweise. Jotwit haben wir weggemacht. Danach kommt er hier. Also, wir hätten hier noch ein paar, ne? Sie befindet sich im sächsischen Mittellager von Ufbech. Das ist nötlich der Stadt. Okay. Da brauche ich überall Hinweisen dazu. Das ist ja mal geil. Ach guck mal, einen habe ich gefunden. Das finde ich, das finde ich mega gut. Dass man so selber so ein bisschen, ne? Das ist da aber kein IV hier unten. So, ne? Da ist einer. Genau. Hier läuft einer rum. Der weiß ja nicht, wie stark der ist. Keine Ahnung. Okay, warte. Ähm. Oh, warte. Oh, mein Bedürfnis. Kann ich hier eine Verzierung anbringen? Ich habe leider nicht viel. So, hab verziert. Ich muss die freischalten halt. Ich sage erst mal randwie Bescheid. So, wer ist hier da? Hey. Habe Verbündete gefunden. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Die Dänen von Granthabrückschir sind unsere Verbündeten. Die Realskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das hoffe ich. Das werden sie. Auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin. Ist sie schon da? Sie hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Ist sie denn schon da? Schön, dass sie dabei ist. Oder ist sie jetzt noch nicht da? Uh. Ha. Granthabrück. Verbündet. Das ist ja geil. Das heißt, ich kann überall die Generalenstatuen aufstellen. Ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Ich traf ihn bereits. Räder. Ah. Ein seltsamer Jüngling. Aber irgendwie angenehm. Er wird eine gute Gesellschaft abgeben, denke ich. Ich freue mich, ihn besser kennenzulernen. So, jetzt müssen wir das nächste halt aussuchen, ne? Genau. Jetzt haben wir im Süden noch was. Zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Das ist das, was der gesagt hat. Aber. Ja, 90, ne? Ja, wir müssen erst mal hier hin. Erzähl mir mehr über Legere, Kestashir. Ich möchte mich bald Zeigort anschließen. Er reist in eine Stadt namens Reopeln, um Oba und Iva Ragnason zu treffen. Ich bin ja um Oba und Iva echt da sind. Ich hörte, stehen Sie kurz vor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und Ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Okay, da geht's das nächste. Das ist so gut. Ja, warte mal, wenn ich aber dahin reite, sehe ich vielleicht noch ein bisschen was. Das wäre ganz cool. Jetzt ist ja Nacht, ne? Wo ist das? Da oben? Okay. Das ist eine echt weite Strecke. So, es geht erst mal, dass wir eine Nachtaktion machen mit den Geistern. Ach, sieht jetzt alles so schön aus. Hallo. Wer bist denn wo? Was ist das alles? Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Okay. Möchtest du es probieren? Ja. Gib mir einen Bogen. Ah, okay. Ich versuch's mal, mal gucken. Orange ist wahrscheinlich wertvoll, nehm ich an. Sag nicht nur einen Moment und dann los. Bei Freyjas Liebe ein Meisterschutz. Nein. Du machst deine Ahnen stolz. Ja, gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Na. Bei dir sieht das so leicht aus. Ja, ja. Ich spiele das noch wie ein Controller. Ach. Die Hälfte hast du schon mal, Eivor. Ja, schön. Bei Odins Auge, du schießt gut. Danke. Bei dir sieht das so leicht aus. Kannst du mal die Klappe halten? Bei Freyjas Liebe ein Meisterschutz. Bei Odins Auge, du schießt gut. Ich muss gar nicht sie gespannt halten, Alter. Du machst deine Ahnen stolz. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ja, das ist gelaufen, der macht mich kirre, ne? Scheiße. Befehl war das gut? Das war sehr, sehr gut. Nicht vollkommen, aber gut. Pulschan, 1030. Kannst dich jederzeit verbessern. Als Gegnerin habe ich die... Können wir das heute festmachen? Uh. Da, 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 da. So, ähm. Okay, das Ding war cool. Ich brauche es antippen. Ich dachte, ich muss immer richtig durchzielen. Das traue ich aber gar nicht. Da geht es immer schneller. So, Geisterschutz. Mal gucken. Gut, da bist du ja. Wo ist Alvis? Ja, nun, weißt du, Alvis und ich hatten einen kleinen Streit. Möglicherweise sagte ich etwas Abfälliges über seine wahnhaften Ängste. Das hat er sicher nicht gut aufgenommen. Nein, hat er nicht. Er sagte, wenn ich so sicher sei, dass seine Ängste unbegründet sind, solle ich das Ritual an seiner Stadt durchführen. Hast du so etwas schon einmal gemacht? Aber nein. Doch, er hat mir eine Liste dagelassen. Und wie schwer kann es schon sein? Was steht denn darauf? Man beginnt damit, Feuer, um die Siedlung zu entzünden, um Schutzwelle gegen die Geister zu schaffen. Okay. Völliger Blödsinn und reine Zeitverschwendung. Machen wir es einfach. Aber ich würde gerne Alvis wünschen entsprechen. Ja, komm, machen wir das einfach. Natürlich, natürlich. Geh du Feuer entzünden und komm dann zu mir. Es gibt noch weitere Schritte. Ja, ja, schon klar. Du machst gar nichts. Du stehst bis hier und, ne? Ist mir schon klar. Ja, warte mal. Ich brauch ja... Kann ich das? Kerze? Oh. Ah, okay, es geht. Boah, ich hab die gesehen. Ich hab vorhin welche davon gesehen. Der anderen Seite drüben. Das ist halt die Frage, wo sind die jetzt, ne? Um die Siedlung rum. Ist ja schon mal ein Hinweis. Ein kleiner Steinbrun. Sind im Gebiet umhelfen. Ja, toll. Ein Gebiet umhelfen. Ja, das kann ja... ...sonst so sein. Was ist das Gebiet um? Gut, er war hier, ne? Das kann halt theoretisch hier oben überall sein. Äh, geh mal da hoch, bitte. Jetzt. Hier sind diese komischen... Hier sind die Glühwürmchen. Ist das hier bei den Glühwürmchen immer? Nee, ist aber nicht. Nee. Jetzt muss er irgendeinen Hinweis geben, wo die sind. Lol. Ist das von uns? Oder ist das hier... Umhelfen hat drauf rum. Ja, äh, wo? Kilometer. Zehn Meter. Ja, das ist ja geil. Also, eins hab ich vorhin gesehen. Auf der anderen Seite, aber... Das machen wir dann gleich. Das machen wir dann gleich. Und runter. Was ist das? Eine Bäckerei. Ich will eine Bäckerei haben. Wir bauen sowas von eine Bäckerei. So viel ist voll unnötig, aber ich will sowas von eine Bäckerei haben. Jetzt habe ich 25 mal Leben, ne? Festmahl, wenn deine Siedlung wächst, werden auch die Festmahl... Na was? Ich will das Leben... Was? Ich will das Lesen-Spiel. Ist nicht witzig. Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelwache ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache. Die Leute sind alle so lieb, so herzlich, so... Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen. Brauchte jedoch Hilfe beim Transport. Okay, ich habe einen Schliff. Kann man machen. Ich helfe immer gern. Welche Erleichterung? Ich hatte Angst, Holmgert zu fragen. Ja, das Ding mit dem Feuer, das lasse ich... Das ist einfach... Okay. Torbjörn, was hat dich zu unserem Clan geführt? Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde. Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taugenichtser und Vagabunden bei euch aufnehmen würdet. Und das fandest du ansprechend? Aber ja, und wie? Ich war schon immer ein Herumtreiber. Moment, bin ich richtig? Ja, bin ich. Oh, der Raufbolde anzuschließen gefiel mir. Dort als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Oh, der Bäcker war es immer gut. Ein paar schöne Brötchen, ein paar Brote. Das ist immer überall gut. Das ist so ein Job. Da findest du immer was. Das ist immer gebraucht. Bei unserem Treffen hätte ich dich nie für einen Bäcker gehalten. Du siehst eher aus wie jemand, der gern eine Axt schwingt. Das höre ich des Öfteren. Aber Backen ist dein einziges Handwerk, oder? Ich habe es immer geliebt, ja. Und ich war schon immer gut darin. Doch wenn ich keine Arbeit am Ofen finde, verdinge ich mich mit vielerlei anderen Sachen. Solange ich nur mit den Händen arbeiten kann. Tja, das haben wir wohl gemeint. Warte. 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 Ich mag den Dürf. 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 Und du denkst, wir kriegen wie viele Zähne Säcke jetzt hier drauf? Ich habe noch ein Pferd zur Not. Aber da müssen wir ein paar Mal reiten. Krieg wir aber hin. Keine Frage, Eivor. Du hast ein Kämpferherz. Die Schlacht liegt dir im Blut. Doch wenn du damit aufhören könntest, was würdest du tun? Das ist die falsche Frage. Ich könnte jederzeit aufhören. Doch dann würde ich mein wahres Wesen verleugnen. Ich denke, du meinst, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr kämpfen kann? Nein, du hast mir die Antwort gegeben, nach der ich gesucht habe. Du hast eine Bestimmung gefunden. Das ist ein seltenes Glück. Das ist halt so eine gute Frage eigentlich, ne? Wenn ihr jetzt spontan was ändern könntet bei euch so im Leben. Egal, was ihr, also was würdet ihr machen? Am liebsten jetzt gerade. Wo würdet ihr gerne sein? Was hättet ihr jetzt gerne? Was hättet ihr gerne nicht? Ja, ich sehe euch. Was kann nicht? Du bist es. Was suchst du hier? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung. Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Was sollte genügen? Herzlichen Dank. Gerne. Und du, äh, passt gut auf dich auf, ja? Hä? Tuschel, tuschel. Warten, das für eine Aktion. Der hat aber richtig Angst vor dir. Warum hat der Angst vor dir gehabt? Kannst du mir das erklären? Aufs Mercy, ja. Rede jetzt bitte mal darüber. Komm, ey, wo du laufest die ganze Zeit. Und das findest du. Warst du öfter bei Ihnen? Danke. Er schien etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, wertige Männer. Nicht wahr? Das kann gut sein. Hm. Habe ich irgendwie nicht. Aber ich sehe zwei große Plünderaktionen. Oh Mann, ich bin da Plünder. Es gab noch ein Haus, was ich jetzt aufbauen, äh, aufwerten kann, ne? Ich bin da sechs Fertigkeitspunkte. Ihr seht das nicht. Ich bin direkt nur erkennender Programm. Sechs Fähigkeitenpunkte zum Ausgeben. Schon wieder. Ich finde Feuerstellen und entzünde sie. Warum kriege ich die jetzt angezeigt? Ist das hier? Noch einmal zu deiner Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brote backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Gar nichts. Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Es ist ein ehrenwertes Handwerk. Ja, definitiv. Ist das deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, kann ich nur verziehen. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. Ja, ich weiß, was ich meine. So, jetzt hat er hoffentlich genug Zutaten, um Brot backen zu können, oder? Niep, 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 niep. Guck mal. Na? Ich habe da unten kein Ladescreen. Da, kein Ladesymbol. Ist er jetzt buggy? Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Hallo? Becca? Brauchst du noch Hilfe? Ach, ist nicht abgesagt. Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo an. Na gut. Es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Evo. Hab Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Wenn du es willst, Evo, gehört meine Waffe dir. Kein Hilfs-Sachs-Schleicherin. So, der Allvater will, wird meine Zeit bald kommen. Ach, wer hat man denn hier? Halt, 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 halt. Guten Tag. Hallo? Na? Ist ja geil, die sind echt hier. Ach, finde ich toll. Dass hier wirklich rumlaufen, die Leute. Das finde ich echt schön. Ich meine, da richtig viele Leute haben, man richtig fest hier, eine richtige Party. Jetzt kann ich wahrscheinlich jetzt ausrufen, ne? Wir kommen im Nest des Rabenclans. Ich freue mich, Sonnenschein. Was für eine bunte Ansammlung von Menschen von jedem Schlag. Ich fühle mich wie zu Hause. Schön. Du bist zu Hause. Komm ein wenig zur Ruhe und zieh dich um. Wir werden in Kürze wieder aufbrechen. Genau. Ein schneller Schluck und eine kurze Rauferei, dann bin ich wieder kampfbereit. Kann ich die jetzt in meine... Warte. Kann ich die jetzt aufnehmen? Hola. Kann ich die aufnehmen? Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Ja, klar nehme ich die mit. Mega gut. Gefunden, was du gesucht hast? Perfekt. Ich muss los. Ich muss wirklich mit. Ne, die ist cool. Die kann man sich nur verlassen. Also. Hallo. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wir sind Fischer, mein Opa und ich. Und können dir mit allerlei Dingen aushelfen. Wir kaufen dir auch Fische ab, wenn du welche fängst. Aber um ehrlich zu sein, können wir gar nichts tun, bevor wir keinen Ort zum Arbeiten haben. Vielleicht könntet ihr etwas bauen, wenn es Zeit ist. Ist hier denn irgendwo ein Schild? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Lebe wohl, Eivor! Ah, ja. Also ich kann nicht was bauen. Sehe ich hier was, wo ich was bauen kann? Das sehe ich nicht. Gibt es eine extra Karte, wo ich das sehe? Nee, ne? Hier sind überall Zelte jetzt. Was ist das? Was ist das? Handelsposten. Was ist das hier oben? Jagdhüter. Die Jägerin wollen, dass legendäre Tiere jag... What? Ach so. Ja, okay. Ich habe ja eh schon einen Hirsch gejagt. Na ja, jagge ich halt legendäre Tiere. Schade drum, aber okay. Noch ein Gebäude kann ich glaube ich nicht bauen, ne? Guckt auf an, was es ist. Ich muss noch zwei Gebäude bauen, dann habe ich wieder Level ab. Jetzt komme ich zum Beispiel das erste legendäre Tier. Jetzt kommen sie an und sagen, hey, sag mal. Es gibt hier legendäre Tiere denn hier. Willst du das hier haben? Vielen Dank. Egal ob Fell, Fleisch oder Knochen. Bei uns gibt es von allem nur das Beste. Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triomphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Okay. Berch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Ich habe einen Hirsch erwischt. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst? Deinen kleinen Gefallen? Die beiden, die im Langhaus gefangen waren, ja, ne? Sprich weiter. Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Eine gute Idee. Okay. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Geh mir. Bringe deinen Jagdschatz zu Ende. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Ich habe den Hirsch schon getötet. Geh vor, ich folge dir. Weil ich hier alles abgegrast habe. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnassons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht. Als ob eine Armee wegen ein paar Wölfe weiterzieht. Die machen die Wölfe weg und dann bleiben die. Deswegen sind die nicht weggezogen. Das wäre weird. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Ich muss meine Waffen eigentlich schmaler upgraden. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Ja, sehe ich. Komm, hier lang. Würde ich nicht sehen. Ach, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du, dass es ein Rüde ist? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Okay, sie ist Jägerin. Gibt es keine Spur? Wie wurdest du zu einer so guten Pferdenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Okay. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Sehr schön. Sieh mal. Die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Diese Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ja, befürchte ich. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel. Oh, der Kopf ist ab. Ganz genau. Suchen wir weiter. Ich hoffe immer, irgendwie Fußspuren zu sehen, aber ich sehe keine. Also, fand deine Familie Werch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich... ...einen winzigen Säugling. Den habe ich getötet, glaube ich. ...und so einen kleinen Werch, gewickelt und ganz allein. Oh. Ah, sieh nur. Diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Wo sind sie jetzt? Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Werch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag anboden wir als Bruder und Schüttel. ...schwester großgezogen. Hm. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Ach, okay. Scharfe. Der Min... Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Ja. Hey du, bring dich in Sicherheit. Ey, Worg, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei. Bitte dir. Kannst du vorgehen? Nein! Bam 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 bam! Und was wurden... Mann schöne traverse Wolf... Nee ich wollte mal nih- Das tut mir voll heilt. Einer noch. Was ist mit Eren hier oben? Geht es dir gut? Hm. Hm. Ich hab was gehört. Ein legendärer Wolf. Oh! Oh Gott. Am Ende wird alles gut. Das war großartig Eivor. Du jagst fast so gut wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen und ich lese Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen dir zu helfen. Das hat mir gefallen Peter. Zögere nicht mich aufzusuchen wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren Eivor. Bis bald. Ich hab den weißen Hirsch getötet. Habe ich davon eine Trophäe? Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Ich hab ihn verheben. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Warte mal, wo ist das? Da ist das Feind weg. Wo bin ich jetzt gelangert? Was? Wo bin ich denn jetzt? Museum. Bring ihm römische Artefakte. Oh. Hallo. Hm. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Nun muss ich gehen. Auf bald. Okay, der ist ein bisschen weird. Minimal. Das ist wahrscheinlich hier außen rum, ne? Also richtig in einem großen Radius. Wahrscheinlich. Boah, toll. Wie lange ist da noch so ein Anbau hinten dran? Das ist ja interessant. Oh. Hier ist auch eine Hütte. Was bist du? Ich wollte nicht reden. Ich wollte ans Schild gucken. Ach, Tätowierer. Ich muss los. Bis bald. Tätowierwerkstatt. Ja, ich brauche. Ich muss plündern gehen. Warte mal. Da fehlen Texturen oder ist das schwarz? Ich habe eventuell den Hirsch drauf. Ava, schön dich zu sehen. Beeindruckend. Das habe ich noch nie gesehen. Guck mal, den habe ich hier nicht. Jagdbuch. In der Welt leben einige legendäre Tiere. Dein Jagdbuch wird aktualisiert, wenn ein Tier entdeckt oder erlegt wurde. Bringe einen Jagdschatz. Verschiedene Belohnungen. Inklusivheiten des Andenkens an den Jagdauffern. Habe ich jetzt schon abgegeben, oder was? Zeigst du mir deine Waren? Lege legendäre Tiere. Ja. Hast du alles? Ich habe dir etwas mitgebracht. Wenn eine Siedlung wächst, wachsen ihre Bedürfnisse. Versuche die Siedler mit einer Lieferung oder benötigten Waren, um im Gegenzug eine Belohnung zu erhalten. Äh, ja. Achso, da kriege ich dann Runen davon. Dafür bezahle ich. Gut. Ach, die hätte ich hier quasi, oder was? 13 habe ich davon im Besitz. Belohnung. Okay. Hier kann ich mir Runen holen ins Tausch. Ne, das passt schon. Was habe ich jetzt gekriegt? Grüß Petra, wenn du sie triffst. Kann ich jetzt, äh, quasi den Kopf oder so ins Langhaus hängen? Bei uns hat er ja gemacht. Was ist hier? Ah. Ich habe nur einen Brief bekommen. Siegurts Brief lesen. Oh Gott. Siegurts hat mir einen Brief geschickt. Eivor, ich hoffe, dass dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen, während unser Ruf in diesem Land wächst und wir neue Freunde und Verbündete gewinnen, wird es wichtig sein, in ständigem Kontakt mit ihnen zu bleiben. Rand, wie wird jeden Brief, den du erhältst, in diese Kiste legen? Äh, okay. Rang ansehen. Okay. Brauerei können wir theoretisch auch machen, ne? Schlafen gehen. Ich kann schlafen gehen. Ich kann, ah, ich kann nachts skippen. Okay, das ist auch cool. Okay, warte mal. Ich habe schon wieder zig Level-Ups. Ähm. Dim, dim, dim. Ich weiß ja nicht, wo ich es am besten reinbuttern soll, das ganze Zeug, ne? Na, komm, Schaden ist halt gut. Na, komm, Schaden. Giftzeug habe ich ja nicht. Schwerer Schaden erhöht. Sprintangriff. Uh. Nehme ich. Oh, Fernkampfwiderstand ist auch immer gut. Noch zwei Punkte. Weg des Wolfes. Fähigkeitsschaden. Kopfschussschaden. Kopfschussschaden. Okay. Mal kurz speichern wieder. Ewig nicht gemacht. Kann ich die Feuer auch bei Tag anzünden oder muss es Nacht sein dafür, diese Nebenquest zu machen? Oder das Römische Reich nicht eigentlich? Was müsste ich denn sagen? Das Römische Reich war damals in England. Natürlich. Der Hadrianswall und so. Die waren bis ziemlich weit oben. Sieht man das auf der Karte? North Umbria. Ich kann nichts... Ne, warte mal. Wenn hier unten die Küste ist. Der Hadrianswall müsste halt hier irgendwo sein, theoretisch. eigentlich so auf der Höhe, ne? Die Römer sind viel, viel früher. Viel, viel früher. Viel, viel früher. Zu dem Zeitpunkt ist das alles schon wieder verfallen. Du siehst ja die Ruin. Die Römer waren viel, viel früher. Viel, viel früher. Aber gehen wir jetzt erstmal hier hoch zu, würde ich sagen. Oder? Warte mal. Hier können wir mal hin. Wo muss ich denn hin? Ich muss da ganz hoch. Wollen wir mit dem Boot nach... Ne, ich mach das mit dem... Ja, warte, warte, warte. Ich weiß, was ich machen will. Wo ist der, wo ist der, wo ist der coole Kunde? Irgendwo an der Küste. Oh, hier ist noch eine Hütte. Was ist hier? Was kann ich hier bauen? Eine Brauerei. 25 Gesundheit dauerhaft erhöht. Das finde ich gut, dass es auf die Gesundheit auswirkt. Das gefällt mir. Da vorne ist der Typ. Zack. Ey, woher, hör auf damit. Ich hoffe, das bleibt so. Mir gefällt das voll mit überall Schmetterlinge und so. Das ist so schön. Das soll bitte so bleiben. Das war fünf Tage, ist das Event. Hi. Ich würde jetzt gerne die Mission machen. Prost. Das ist Goll. Häufi. Das üben wir noch. Bereit Siegel zu setzen? Lass uns plündern gehen. Flussraubzüge. Flussraubzüge sind eine größere Herausforderung als gewöhnliche Raubzüge, bieten aber auch die Chance auf neue Ausrüstung, Waffen und ausländische Güter, mit denen du deine Jomsvikingerhalle ausbauen und Flussraubschiffe verbessern. Oder bei Wacken-Kosme... Was? Wir gehen auf Musikfestival. Ja, ist klar. Du hast mädliche Entwürfe erwerben kannst. Aber Vorsicht, wenn du während eines Flussraubzugs stirbst, verlierst du alles, was du bei diesem Raubzüge erhalte... Oh! Badeba! Ich speichere ganz kurz. Stimmt nicht. Muss nochmal speichern. So. Jetzt. Bereit Siegel zu setzen? Das bin ich. Auf zum Raubzug. Wir machen den ersten Ausflug mit meiner Besatzung. Das erleichtert es mir, dir zu zeigen, was es am Flussufer alles gibt. Ist okay. Später kannst du gerne deine eigenen Jomsvikinger auf diese Reise schicken. Meine könnten etwas Ruhe vertragen. Kann ich die separat schicken, ohne dass ich mitgehe? Nee, ich stand ja gerade da. Wenn ich dann sterbe, verliere ich auch alles. Nee. Wahrscheinlich muss ich nicht mehr. Oder ist das noch etwas gezielt, dass ich sage, so da und dahin gehen wir jetzt. Und jetzt drücke ich den Knopf und wir fahren quasi dahin und dann kann ich plündern. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Na? Boah. Da werde ich glatt müde. Wir sind losgefahren, nehme ich an. Oder wie jetzt? Hä? Da war diese große Einblendung. Da war jetzt etwas gefehlt. So eine epische, wir fahren weg, so yay, auf die Schlacht oder so. Hat es irgendwas, das war jetzt eine Wirre-Einstellung. Entweder hat irgendwas gefehlt. Oh, das war so ein Lückenfüller. Zwischen den Ladesquins. Okay. Mahlzeit wie Besatzung. Hören wir den Kampf, meine Mahlzeit auf. Also wenn ich das mache, diese Raubzüge, dann fahre ich gezielt, also fahre ich halt zu irgendeinem Ort, der ist random, wo dann was passiert. Wie so eine Mission, wie so eine Art Dungeon quasi. Oder dass ich in die Hülle gehe. Wenn ich aber darin sterbe, verliere ich alles, was ich in der gesammelt habe. Also ich kann jederzeit sagen, so, ja, jetzt fahren wir zurück. Oder ich sage so, nee, ich will nicht zurück, lass weiter und noch ein bisschen Schätze holen. Verstehe ich das richtig? Übrige Besatzung. Aber die Jons-Wikinger kennen seine Strömmel. Eine alte Freundin erzählte mir, die Räumer hätten diese Wege zum Schmuggeln benutzt. So konnten sie wohl gut ihre Spuren verwischt. Wie geil! Da kann ich den Fluss immer weiter hochfahren. So gut versteckt, man könnte seine Nachbarn ausrauben, ohne die verdächtigt zu werden. Ich denke mal drüber nach. Sieh mal, Dorfbewohner. Die horten natürlich keine Schätze, aber wenn du Mahlzeiten für deine Mannschaft brauchst, wird man bei ihnen fündig. Ja, würde ich sagen, Testvermacht, wie stark das ist. Ich will wissen, wie stark die ja alle sind. Glaub mir, meine Mannschaft ist wie ein abgerichtetes... Flussraubzug-Status Halte während eines Flussraubzugs bringt Unnützliches zum Flussraubzug und deiner Besatzung zu erfahren. Der momentane Grad an Wachsamkeit verrät dir, mit wie viel feindliche Bestärkung du am Überfallziel rechnen musst. Der Frachtzähler sagt dir, wie viel ausländische Güter du erbeutet hast und wie voll der Frachtraum deines Langschiffes ist. Du kannst außerdem deinen Gesundheitszustand eines jeden Sonstituts und die Menge an Mahlzeiten... Ach du Scheiße. Okay, warte. Wie geil! Oh, der Rippenbrescher ist mit da. Flussraubzug-Status. Ich kann nur jetzt halt sagen, so Abbruch, zurück zum Schiff quasi. Okay. Okay, die stecken genauso ein wie die anderen. Gut. Bin ich beruhigt. Ähm. Boah, mies. Drinnen ist irgendwas. Was? Moment, ich muss Ruhe öffnen. Ich komme nicht mehr raus. Ich hänge fest. Ja, ich helfe dir. Warte, 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 warte. So, erst plündern. Große Mahlzeitenruhe. Große Mahlzeitenruhen geben dir und allen Jungs wie hier im Endefflussraubzug. Wir setzen hier eine Mahlzeit. Okay. Okay. Das war jetzt alles, was quasi hier zu finden ist. Das war's. Verschwinden wir. So ein kleines Dorf quasi. Okay. Alles brennt. Schön. Gefällt mir. Okay. Der Typ ist mit hier geblieben, oder was? Ich habe in Schenken schon härter kämpfen müssen. Bleibt dennoch wachsamer. Der Rauch der Feuer wird die Lagerflussabwärts warnen. Die Kämpfe werden mit der Zeit immer schwieriger. Das ist ja geil. Wachsamkeit entlang des Flusses. Wenn du einen Ort überfällst, warnt der Rauch der Feuer andere Orte entlang des Flusses, die daraufhin ihre Wachsamkeit erhöhen. Mit steckender Wasser im Gleit triffst du an jedem Ort auf feindliche Verstärkung. Du kannst den momentan gerade an Wasser... Das ist ja geil. Das gefällt mir voll. Da oben. Ja, ist noch okay. Ja, die sind jetzt alarmiert wahrscheinlich hier, ne? Dort! Ein Kriegslager! Da findest du ausländische Güter und wenn du Glück hast, sogar Rüstzeug. Sie werden sich wehren. Aber so ist das eben nicht, ne? Die sollen sich versuchen zu wehren. Los, Leute! Wenn die Schlacht! Nehmt, weil sie kriegen jetzt nichts wieder zurück. Und ich muss halt nur helfen, weil die halt auch alle ihr eigenes Leben und so haben, ne? Ich bin erledigt! Und ja, doch die einen kloppen! Die haben ein hohes Level, alle. Ja, wenn meine eigene Jomsweg hingehen, wird das natürlich erstmal ein Spaß, ne? Und die Zeit ist um! Und ich muss von der anderen Seite versperrt sein. Und du kannst auf der Seite versperrt sein. Ja, ich bin der. Hier können wir rein. Ich brauche mal eine helfende Hand. Los, hilf mir mal! Okay, das. Das sind halt immer randomen Rauchzüge hier. Und dann kannst du halt... Also das ist halt geil. Das finde ich echt cool gemacht. Wie komme ich in das Haus rein, ne? Ah, hier. Aufbrechen. Das sieht nach Lootkiste aus, oder? Ja, komm, drück mal mit. Truhen mit ausländischer Fracht. So, wie weißt du, kannst du Truhen mit ausländischer Fracht finden. Die Ausrüstung, Waffen oder ausländische Güter enthalten. Mit ausländischer Güter enthalten kannst du in der Heren und Heren und Heren die Jungs-Wikinger-Halle abbauen, verbessern und verbessern und verbessern. Da brauche ich dann bestimmt auch diese Schilde, wenn ich da fahre, ne? Dass man dann so Schilde hochheben kann, quasi. Wenn die von der Seite schießen, oder so. Was ist das für Schild? Das scheint es echt gewesen zu sein, okay. Nicht die Ratten angucken, lauf zum Schiff. Also lohnt es sich, seine eigenen Leute gut auszusuchen und zu leveln. Und wenn die sterben, brauchen wir neue Jungs-Wikinger. Das heißt, man muss schon aufpassen und muss gucken, welches Level macht man. Ist es zu krass? Hast du ein Lieblings-Wikinger, den es mal gab? Ich muss sagen, ich finde Björn Eisenseiter eigentlich ziemlich cool. Oder halt seinen Vater, aber das ist halt ein bisschen klassisch, ne? Also Ragnar finde ich halt schon... Also Ragnar, Lordfrog, muss ich sagen, finde ich am coolsten. Der wollte das alles ja eigentlich nicht, aber... Also, ebenso Serie, ich weiß nicht, ob es in der Realität so war. Aber... Dann finde ich das Charakter ziemlich cool. Und sein Sohn, Björn, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ich bin, glaube ich, eher klassisch veranlagt. Wobei ich Lackatar, die Schild-Mite, auch ziemlich cool finde. Hallo! Hallo! Bam! So, wo gibt's denn hier was? Der eine hat sich erwischt, ne? Wie kann ich denn den jetzt, äh, meditieren? Der eine hat sich ein bisschen erwischt, ne? Boah, hier in dem Style, ein MMORPG. Boah, das würde ich fühlen. Hey, ich schaff das nicht allein! So, so ein Wikinger-Ding, wo du halt so reingrinden kannst, ne? Das würde ich schon sehr feiern. Achso, jetzt ist das quasi fertig, oder was? Ciao! Okay, ich glaube, Rückzug, Leute, das war's. Ich will auch mal ein Haus anzünden. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Ha, Haus anzünden. So. Ne, das sind die Sachen. Ich fahr' hinten rum, glaube ich. Da hinten hin. Ha, ha, ha. Find' dir, Gripad. Was ist hier los? Ich glaube, ich will hier hinten rum fahren. Das Gute ist nicht ne andere Sache. Hier kann ich jetzt sagen, äh... Esst mal, Freunde. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, esst mal was. Ich meine, die haben ja angeblich diese Putz, also diese Essens-Dinger. Aber ich kann dir nicht sagen, esst mal was. Das ist schon mal gut. So, hier rein. Wo geht's hier hin? Okay, Verstärkung ist jetzt... Also, es gibt jetzt mehr. Das wird jetzt nicht mehr so einfach werden. Ich kriege mal ein paar neue Waffen oder so. Ich will, dass ich das lohne. Hab' ihn. Wow. Der hat gesessen. Der war meine Freunde. What? Die halt wegmetzeln. Boah, das mit einem eigenen Jungs weggehen und zu machen, wird halt geil, aber... Man, das ist schweigart. Ha, ich war schneller. Wie die da hinten einfach sitzen bleiben, weil es kein... Kein juckt. Komm her. Und... Da liegt einer. Nicht so gut. Oh, oh, oh. Ach nee, da liegt nicht. Der braucht Hilfe. Aber hier ist noch was drin. So, einmal ran hier. Hilfe! Hilfe mal, Kollege. Einmal schluck. Dankeschön. Wir sind noch Leute. Boah. Nee. Kollege, hilf mir mal. Sehr schön. Läuft die am Schnürchen. Okay, die Ahnung sind alle abgehauen. Danke für nix. Warum lagen da Tote? Das war mir nicht von mir, oder? Nee. Okay, mein... Mein... Uck, der Rippenbrecher ist ja noch da. Der hat... Der schlägt sich gut. Obwohl er halt nur Level 1 ist, ne? Ich müsste seine Klamotten halt mal dann... Also, meine... Ich muss das mal vergessen. Jetzt lohnt sich das auch, die Sachen für den mal zu erweitern. Sag der Besatzung Bescheid, wenn du soweit bist. Zur Siedlung zurückkehren. Wenn du zur Siedlung zurückkehren willst, begib dich in... Was ist das? Schiff... Ah, ne? Drückt... Was verlassen. Ja, ne? Warte mal. Ich würde schon noch ein kleines Stück weiter fahren. Also, eins. Ich würde noch machen. Gucken, was hier... Was hier ist. Läge hoch! Läge hoch! Geht ja noch. Also, eins können wir noch machen, denke ich, oder? Ja. Das ist nur ein Dorf, oder? Aber jetzt können wir ja plündern, dann müssten die wieder volles Leben haben. Ich liebe das. Hallo steht da. Scheiße! Mann, ich häng' fest! Hi! Weißt du, du hast ja bloß so'n Horn. Wenn du kommst, kommen Wikinger auf dich zugestürmt, werfen dich zu Boden und prügeln dich tot. Da weißt du schon Bescheid, ne? Da weißt du, dass das ein richtig beige Schiss in den Ortal gehört. Und wenn wir hier Schaden-Ding machen. Wo ist es denn? Da. Oder weißt du, der Tag, der Tag wird richtig scheiße. So, Freunde. Jetzt müssen die da wieder volles Leben haben. Funktioniert das so, wie ich das jetzt gerade denke? Die waren gerade alle ein bisschen gedamaged. Nee. Oh. Verstärkung ist jetzt, äh, auf Maximum. Ich bin gespannt, was gleich abgeht. Weil es ein übriger Boss kommt dadurch. Wenn jetzt ein richtiger Boss kommt, dadurch, dass es auf Maximum ist, der Alarm, und der dann aber guten Loot mitbringt, wäre das erstrebenswert. Wird heftig, wird nicht einfach. Aber wäre cool. Da vorne. Da sind wir noch mit, würde ich sagen. Eine Lager gönnen wir uns noch. Mir ist spannend, wie es jetzt wird. Ähm. Das war jetzt auch nicht meine Schuld. Oh, das ist ein großes Vor. Oder es könnte ein bisschen schwierig werden, vielleicht, eventuell. Na, gucken wir mal. Mann. Geh weg! Komm und weg, ich muss mich nicht machen. Ah, so geht das also. Wo ist denn der Bogenschütze hergekommen? Geh weg! Nein, ich wollte vorbei dachen. Danke. Ich komme! Ich muss mich beeilen. Ich darf nicht riskieren, jemanden zu verlieren. Wo? Der wo denn? Ja, ich weiß nicht wo. Oben. Ja, das war einer! Oh Gott! Wo ist noch Unterstützung? Scheiße, da sind noch viele. Leute, Abgang hoch, 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 hoch. Wo sind das andere? Was? Oh Gott! Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? was? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? 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 ider- delelf Doch, jetzt kann ich hoch, wenn ich da nicht hoch Kann ich? Ey, wo? Jetzt Okay, doch nicht oben Hä? Ach, doch, 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 ja, ja, ich weiß wie, alles klar Ich seh's gerade Mir wird es gerade bewusst Jetzt schieße ich von hier aus die Tür weg Ja, bitte, Nachricht Evo Red hat zum ersten Mal verschließen die verdammte Hinzahme Fenster Der Dagerung oder so ist so gut Ja, ja Kann ich da nicht? Doch Okay Der ist sowas von tot Okay Die Haustür ist offen Haben Schlüssel gefunden Wo ist eigentlich der Typ? Der ist da hinten Hey, wieso ist denn der jetzt da hinten? Sucht der mich? Das wär krass Hey Oh, ich brenne Oh, ich brenne Oh, oh, hör, 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 hör Alter Wieso ist denn ein Schwein hier drin? Oh, sorry Kollege Da Ist denn hier ein Schwein drin? Oh, shit Oh, ich hab ein paar Äxte vorne Oh, ich kämpfe mit zwei Hand Na ja, immerhin haben wir's weg Immerhin haben wir's weg Was weg ist, ich bin so zurück zum Schiff So, bitte lass den Typ jetzt nicht aufkreuzen Der schwimmt auf dem Wasser Das Problem ist, da muss ich halt lang, ne? Ne, da muss ich gar nicht lang Ich fahr jetzt gleich nach rechts Und dann immer geradeaus Ha Ja, gut, ne? Tschüss Ich glaube, ich hab den Verpackt Ich glaube, ich hab den richtig Toll verpackt Hey, wo ist denn jetzt hier ne? Da ist anscheinend irgendwas Das hab ich mir jetzt gerade übersehen Dann kann's nicht so richtig gewesen sein So, geht los, Freunde So, hoch mit dem Mast Wir fahren Ja, auf einmal So, nach rechts müssen wir Ganz nach rechts, ne? Ja Dann nochmal nach rechts Und hier ist schon Nächstes Level Ich muss nur 30 Da geh ich nicht rein Genau, bis zum nächsten Aussichtspunkt Was, wie ist der da hinten hingekommen? Ist hier irgendein Weg Oder langläuft? Wo brennt der jetzt zum Partner an? Da, 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 da Oh Gott Das war close Ich bin hier gerade Ach, hier Was, ich bin gefangen Kann ich eben kommen? Alles gut Passiert Oh, oh, oh Kurve, Kurve, Kurve Ich soll vielleicht nicht mit dem Segel fahren Ja Ganz schwierig Kurve, Kurve Alter, das ist so behemisch Das Schiff, ne? Freunde Ich will Wenn möglich Alle meine Leute irgendwie kennenlernen Vom Charakter her Ich möchte irgendwas machen Dass ich meine Kuh anschließen Und ich einfach nur Ich höre da irgendjemanden an Weil Weil er halt mit mir segeln will Und dann hat er mit dem Lame Ich finde Guter Wind zum Segeln, Eivor Ja, warte mal Hier ist irgendwas Hier ist irgendwas Hier ist irgendwas Hier haben wir's mit hier zum Anheuern Äh, ist das was für ein Ragnarsons? Beste von Temsu Ragnarsons Kriegerlager Das gehört denn jetzt zu dem Ragnarsons? Ja, dann klicken wir hier mal an Wenn das so ist Lasst uns hier anlegen Wir machen später Aber die Musik kann bleiben Bitte Die ist nur zu wenig Hi Das ist jetzt hier Freund oder Feind Das ist doch Feind Das ist doch nicht Freund hier Nee Aber wieso wurde mir das gerade so Dahinter ist das Lager Ich hab jetzt gerade Ich hab jetzt gerade selber verwechselt Dahinter ist das Lager der Ragnarsons Doch Die Steine bei dem Die aussehen wie ein Gemächt Fruchtbarkeitssteine sind Wie einen Lachs Und in die Gelb Doch es geliebt Es gab viel anzufassen Und jede Menge Ale Das sind aber viele Freunde Oh, wenn wir unten Bitte, da kommt einer Sieht der nicht Ich muss da hinten hin Ich will ja gar nichts von denen Ich will ja bloß Das Ding Nein Boah, Kontrollsteuerung Manchmal, ne Besonders Oh, oh Da oben ist ein Schlüssel In der Ritte Erstmal das Freischalten Komm hoch Zack Und hör Moment mal Das ist alles dieses Lager Und da unten Da hinten Wo der Qualm ist Da ist das Also Da unten Da hinten Da ist das Ragnarsons Da ist das Ragnarsons Ach, da kommt Da kommt Da kommt Das Ragnarsons Das Ragnarsons Das Ragnarsons Das Ragnarsons Das Ragnarsons Was passiert denn da? Komm her. Perfekt. In dem Haus hier, ne? Im großen Haupthaus ist nichts, sehr ungewöhnlich, aber okay. Da ist ein Schloss dran. Da brauch ich den Schlüssel, von da hinten bestimmt, ne? Ja. Okay, wir holen in dem Haus den Schlüssel und dann können wir da rein. Das sind zwei Typen. Einer geht weg. Okay. Okay. Okay, er rennt panisch weg. Ich hab' sein Schild weggeschossen. Alles klar. Er kommt wieder. Kommt jetzt hierher? Ne, er rennt. Er... What? Ja? Ja? Er geht sonst wohin? Ach, er hat seinen Kumpel gesehen. Ach, er hat seinen Kumpel gesehen. Wer hat mich jetzt gesehen? Eh? Ja? Ja. Komm hoch. Komm hoch. Er gehört nämlich hoch. Doch. Jetzt kommt der hoch. Na, in schönen Ruhe. Aber ich denke da auch so, war da wirklich was? War da jemand? Hi. Ja, war jemand. Überraschung. Hier geht einer rein. Nein, da kommt noch einer. Hey, da versteht ein Schemengestand. Ah, okay, jetzt sehe ich ihn. Da hat sich einer reingelegt. Hier treffe ich halt. Nee, der ist halt direkt nach der Säule. Oh, okay. Das kriege ich hier. Oh, ich kann die markieren. Ich habe den Skill, doch. Oh, da kommt die Portfolio. Wieso wird denn der eigentlich angezeigt davon? Wer hat da nichts in der Zeit? Meine Freundin ist so tot. Hm, komisch. Ich schloss mal keinen Alarm. Das war gut. Das Brat klagt sich erst mal. Du, ich habe einen Pfeil an mir vorbeigeschossen. Weißt du, was das heißen könnte? Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber die Kumpels sind auch tot, ne? Verflixt. Komm, lass nur her. Was war das für eine Aktion? Das war aber doof. Die Klappe! Die Klappe! Die verstehe ich. Aber ich stehe. Könnte ich theoretisch. Das hilft mir nicht. freundin sie hat alle Ach du Scheiße, ich wollte nur das Haupt... Mist! Das hat es jetzt nicht besser gemacht. Stealthy, mhm. Unsichtbar, mhm. Seh ich mal. Ich hab keine Widerkampflon. Ich hab ihn komponiert. Leif Hardsheim. Ich hab keine Widerkampflon. Ich hab ihn komponiert. Das ist gut. Ah, Mist. Der ist halt ein bisschen besserer, ne? Da komme ich nicht ran. Warte, werfen wir stehen? Überall sind die Leute tot. Überall rennen sie hin, gucken. Boah, ist er wirklich tot. Oh, ist er denn tot? Was ist denn hier passiert? Wir gehen gleich die Pfeile aus. Oh, Schoob. Eine Person auf dem Dach mit dem Bogen. Kann alles zerstören. Das ist halt echt so, ne? Die finden die ganze Zeit wieder leicht. Und die sind so, oh, okay, die ist tot. Die ist auch tot. Einer von denen muss ich jetzt mal gehen. Oh, oh. Das ist halt der, ne? Oh, oh. Der sieht mich halt. Das ist halt das Problem. Den krieg ich halt nicht ohnehin tot. Wir halten besser die Augen auf. Sein Kumpel sieht seinen anderen Kumpel. Das Problem ist, er ist mit dem Rücken zu mir, oder? Nein, er hat mit dem Rücken zu mir. Geil. Er hat auch gesehen, wie sein Kumpel gerade stürmt. Also der Rechte. Das muss er doch gesehen haben. Alle seine Freunde um ihn rum sterben. Und er hofft sich irgendwo hin. Denk so, okay. Hä? Wo kommen die jetzt alle her? Wo kommen die jetzt alle her? Es ist wie es viele. Das ist halt der große Ding. Den krieg ich halt nicht one-tap tot. Das ist halt, das ist halt doof. Ich will nur in das Haus da rein, Leute. Ja, bitte stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt ist eigentlich die Chance, ne? Geil. Was ist das? Nein, da kommt doch jemand. Ja, jetzt ist Tag. Sie sind jetzt schon wieder wach. Scheiße. Kommt der hierher? Wo ist denn der? Nee, der ist da unten. Als guter kommt nicht. Hi. Schönen Tag. Ich... Halt da. Kannst du das mal lassen? Geh mal hier runter. Oh. Wo sind die? Oh, Scheiße, hier. Die haben sich gar nicht gesehen. Nein. Oh, ich wollte gerade ausweichen. Schönen Tag. Ich reiche dich aus. Wow. Das wird uns nicht verlassen. Oh, mein Gott. Das ist kein Paradies. Hi. Ich bring dich. Da ist einer. Sieht er es? Das ist er. Nee. Komm. Wieder raus. Mehr wollte ich die ganze Zeit gar nicht. Mehr wollte ich halt legit nicht. Da braut sich was zusammen. Komm mal hierüber. Ah, was mache ich denn? Nö. Nö. Wollen wir was hier? Nö. Okay. Wo ist los? Wieso? Oh. Mir wollte ich gar nicht die ganze Zeit. Wann nur. Ich bin in Ruhe. Ich will wieder zu meinem Schiff zurück. Au. Hände. Ich will nur zu meinem Schiff. Zurück. Okay, aber der eine Mover ist nicht so geil. Der mit den mehreren Pfeilen. Weil ich weiß nicht, wie ich auf mehrere Gegner aime. Was? Was? Was war das? Wissen wir alle Hunde hier oben. Ich habe nicht gesehen. Ich bin gleich in der Rinne. So. Freunde, geh weiter. Wir müssen dann wieder drehen. Indy Van. So, einmal drehen. In die Richtung geht's. So. Schlussfolgen. Mehr Säge! Stimmt etwas an. Hohen das Sägelein! Ernst? Säge hoch! Säge hoch! Hä, warum will denn... Warum will das Schiff die ganze wieder zurück? Ach so. Warte. Jetzt macht's Sinn. Jetzt geht's in die richtige Richtung. Was zum Plündern ist in der Nähe? Ach nee, das ist... Ach nee. Ja, Stärke 52, das lass ich lieber. Kriege ich nur auf den Deckel. Da krieg ich auf den Deckel, das weiß ich. Das ist so riesig. Alles wie cool. Das ist schon fast im Schneegebiet. Oh! Wie geil, ob er so Plünder... Was? Ja, Plünder! Äh, let's go! Oh! Scheiße, ich... Finde die Wanden! Jetzt hab ich einen! Das sind mal Dieben oder so, ne? Oh! Scheiße! Goliath! Den hab ich gar nicht gesehen! Oh Gott! Hab ich nicht gezielt! Höh! Vergiss nicht, um dir zu schreiben! Das ist schon weg! Nee, lass mal! Höh! Au! Ich hab die Fasche gehauen! Höh! Höh! Ich hab die Fasche gehauen! So! Mein Großer... Und! Ciao! So mit zum Goliath! Die anderen sind schon alle tot! Gut gemacht! Gibt's hier was zu holen überhaupt? Ja! Oh ja! Doch! Essen! die Krippelte Notiz war hier gerade, ich hab das aufgehoben. Nee, hier. Pullman, ich bin zu den Ruinen im Westen gegangen, um Pilz zu sammeln und dürfte jemand immer zu sein. Ich habe einen Deutsch mitgenommen, weil ich meinen Schneidermesser nicht finde. Das ist doch ein Plünderer, oder? So Plünderer-Banditen oder sowas. Na ja, haben wir das von denen noch gefreit. Der ist in Ruin gegangen, irgendjemand davon. Zu welchen Ruin? Hier ist ein bisschen Ruin, oder hier so. Hier? Nee. Ja, können wir fahren weiter. Zurück zum Schiff. So. Kommen wir zurück und jetzt nach vorne. Kommen wir zurück. Segen Sie! Du gehörst Odeck! Hm? Bitte wer? Bitte was? Bitte wo? Ich hab's... Ging zu schnell. Ja, hier ist ein Schneegebiet. Oh, wie cool. Boah, ich bin gespannt, wirklich Übe und Iva jetzt zu treffen. Mal gucken, wie die hier im Spiel umgesetzt wurden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Alles gut, die hier sind. Ich bin gespannt und ich spreche mit ihm. Ich bin gespannt und darüber. Ich bin gespannt und spreche mit ihm. Das ist ja, das ist ja alles. Ich bin gespannt und es ist ja, das ist ja. Halt, zurück, 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 wir werden hier anlegen, Freunde. Reopedu, Sigurd wird mit den Ragnasons hier sein. Der ist aufgewacht. Wo sind die denn? Ok, irgendwo in die Richtung. Die Tür ist bestimmt dahinten. Hier, oder? Hier drin bestimmt. Das ist Ivor? Wer steht hier vor Ivor Ragnason? Bist du Sigurds Dränger? Avagor? Eivor. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alle Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit. Da traf man sich auf dem Schlachtfeld. Und niemand träumte auch nur davon. Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Sieg gut. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinken vor Pisse. Das ist Ivor, ja. Guter Junge. Du bist frei, Sachsen-Schwein. Wüte wieder durch die merzischen Felder. Au. Au. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Hm. Folge mir. Ich führe dich herum. Okay, also Sieg gut war hier. Ich wäre gerne als erstes auf Übel getroffen und nicht auf Ivor. Wie nennt man diesen Ort? Oh Gott. Ich nenne es Drecksloch. Aber für Mersa ist es Heapedu. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertreben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ob? Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burkret und sein Kriegstherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei Ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja. Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Hutz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Was sind die hier? Oh Gott. Riesenstadt. Ah. Verkauf mich nicht für dumm, Oba. Ich weiß, dass Burkret dir Wehrgeld. Oh, so gut. Wir würden mal sehen. Ich würde gerne Björn sehen und Björn ist nicht mit hier. Björn ist im Mittelmeer theoretisch zu dem Zeitpunkt. Also Björn Eisenseiter erkundet eigentlich alles. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Auffuhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest? Aber der Preis ändert sich nicht nur, weil du unser Hacksilberschimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will. Und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Hm. Hm. Das Feischen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lothbrock. Aber keine Sorge, Uba. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmahl. Du kommst genau zur rechten Zeit. Uba und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan, Cheol Wulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten. Aber Mercier braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Und du bist das? Hm. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Gute Antwort. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheol Wulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamevjord verschanzt. Sein letzter zu losort. Noch so ein Reichsloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Ich misse einfach so ein Schmiedchen und gucke, was die alles an Waffen haben und so Zeug. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamevjord einnehmen, Burgred absetzen und Cheol Wulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Die Diplomatie muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Deine Bitte ist angemessen, Ivar, und wir werden sie ehren. Geol Wulf ist zu Recht vorsichtig. Wenn er bei Burgred Gnade walten lässt, werden die Menschen einen Grund haben, ihm zu trauen. Ja, das ist nicht verkehrt. Das ist ein guter Ansatz. Je schneller wir handeln, desto mehr Leben verschonen wir. Auf beiden Seiten. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mersischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Wie kann das nicht mein Bruder so ernst denn mit denen anscheinend einigen? Wohl zum Klirren der Speere und Schilderklingen. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Ivar. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tame Vjord. Lass du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopedun, wenn du willst. Wir warten so lange am Angegen auf dich. Ja, ja, ich muss nochmal gucken. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Sheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen. Richtig. Ich fände es so cool. Ich würde jetzt so gerne Björn hier sehen. Den werden wir hier nicht sehen. Über Ivar. Oder wie hieß die? A und 2. Sigurd. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Ich komme immer darauf. Sigurd und 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 und. Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, wie der andere hieß. Der andere hieß nach Sigurd. So, ich gehe jetzt mal zum Händler. Gibt es hier einen Schmied? Oder so? So, den Händler gibt es hier. Da gehe ich erstmal hin und gucke mal. Ich will mal neue Waffen. Ich habe ja noch nicht mal Waffen abgegrillt, weil ich glaube, das lohnt sich nicht. Weil das ist halt noch der Anfangs-Shit. Das ist halt noch nichts. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze lohnt. Ob ich das schon machen soll. Entschuldigung, ich bin ein bisschen übereifrig. Ja, ich... Entschuldigung, ich gehe wieder runter. Hi. Willkommen. Entschuldigung, dass ich auf den Tegel gesprungen bin. Ja, ist manchmal so. Allgemein, Jagdpfeiler, Haupttierpfeiler. Eines meiner Besseren. Er hat Ausrüstung. Doppelhänder. Hundezahn. Oh. Todessprecher. Er hat nur ein Bögen. 67 Angriff. Das würde doch reizen. Oh, stopp Deku! Oh, ich werde in diesem Game mein... Ich werde in diesem Game so mein Geld los. Oh, bitte. Du kannst für jeden Scheiß dein Geld ausgeben. Wie geil ist das denn? Für alles Mögliche. Ein Deko, ein... Erstmal das Wichtigste. Oh ja, ein Meisterhaftstück. So, warte mal. 67 Angriff. Mein Bogen. Ich würde gerne mal... Ich kann verkaufen. Das habe ich ja alles? Ähm... Blunderverkauf. Vielleicht kauf dir das nur ab, weil ich dich mag. Ja, ja, ist klar. Ähm... Wie bringt denn sowas? Äh... Nicht viel. Oh... Warte mal. Äh... Ich muss nur was gucken. 67, 67, 67... Ja, gehen. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich bin eventuell in einer Sekunde wieder da. Warte mal. 67, 67, 67... Wie schauten wir nach meinem Bogen eigentlich? 56! Huhnenbogen. Ja, guck mal. Da gönnen wir uns doch einen neuen Bogen, würde ich sagen, oder? Ja. Schon einmal abgegradet, ne? Beides. Wat? Ist das eine oder zwei Hand? Zwei Hand. Ja, nee. Nee, 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 nee. Es ist ja... Hm... Schwierig. Klamotten haben die aber auch nicht. Aber den Bogen würde ich mir holen. Ich glaube, da gönne ich mir jetzt mal was. Oh, hallo! Ich müsste die ganzen Secret-Punkte mal alle abklabbern, um gucken, ob ich neue Rüstungssachen finde. Nadelkopf 67, 50. Heimische Kopfschüsse verursachen eine Schlaffolge um die Leiche herum. Oh! Der ist so gut wie gekauft. Ja, so treffst du deinen Feinden. Ich hoffe, wir sehen uns bald... Ich muss kurz mal gucken. Wir sehen uns bald wieder. Kann ich den so upgraden? Muss ich dazu irgendwo hin? Ja. Feiner Raubtierbogen. Feiner Jagdbogen. Können wir das mal vergleichen? Aufschlussschaden... Wenn ich den Fall bessern würde... Wenn ich den wäre, käme er halt nicht nachher, ne? Er hätte ein paar Punkten, wäre er jetzt besser. Ja. Aber... Ich finde den schon nice. Der sieht doch gut aus. Der Rüstung und so werde ich eh nie verkaufen. Mach ich einfach nicht. Oh, Pferde... Moment. Bist du der Händler? Oh! Ehh! Äh, ne. Hä? Gibt es hier einen Pferdehändler? Das bist doch du! Hey! Ich... Ah, Entschuldigung! Du bist das! Was kann ich dir heute anbieten? Laden ansehen. Reittierausbilder. Laden ansehen. Stall und Vogelhaus. Tierausbilder finde... Okay, da brauche ich auch noch gar nicht. Im Besitz, das ist mein Pferdchen. Blautöne, uh. Wie viel kostet das? Ich brauche mal Silber. Ja. Das ist Wucher. Wie viel kostet das bitte? Bis bald. Ja, klar. Kleines Schnee. Okay. Speichern. Wir sind erstmal hier oben. Zack. Ja, lohnt das? Das ist halt die Frage. Sehe ich mal, wie viel habe ich denn insgesamt? Oder meine Tasche? Achso, hier. Ah, okay. Da habe ich echt viel eigentlich. Ressourcen. Durch die Ressourcen. Obale. Jetzt müsste ich erstmal in Ruhe durchgucken. Wo sind denn die jetzt? Ich spreche mit über. Da unten. Alles da. Ich bin unterwegs. Wie ist denn der andere Sohn? Iva. Sieh gut. Hüppe. Björn. Quizzack. Quizzack. Wo ist der eigentlich? Der müsste doch... Ach, nee, doch. Quizzack ist zwar mal... Nee, der müsste doch da sein. Wenn Uppe hier ist. Segelt nach Südosten. Bringt die Männer zu den Toren von Tamevjord. Wir fluten die Felder. Und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zubehörn für sein Reich bereithält. Oh, ich bin mitfahren. Elvor. Ist deine Arzt geschärft? Let's go. Hab sogar noch den Bogen gekauft. Und die klirrenden Spiegel und Schilde. Ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Cool. Komm, Junge. Auf dem Ambush des Krieges schmieren wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen um ein... Los. Los. Wer ist denn das? Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja. In diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Wer ist denn das? Ein Junge, der zufällig Cheol-Wulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist. Ja. Hast du recht? Er kann niemanden beerben, wenn er stirbt. Kann er ein Schwert schwingen? Ich habe schon etwas Übungen, aber ich will nicht töten. Diese Männer sind meine Freunde, meine Landsleute. Entspann dich, kleiner König. Die halten dich nicht für einen Freund. Bedank dich bei deinem Vater. Ivar! Wow. Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ha! Hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Nein, das hat er nicht gesagt. Ivar halt. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Rhythmus nach Tamer Wjord. Wo soll ich denn aufsteigen? Hä? Achso. Okay. Entschuldigung, Jürgen. Aber ich bin fertig gesehen. Das werde ich mir merken. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestanken. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Wir bereiten voraus. Kleine König. Sigurd und Ivar. Okay. Warum ist Cheolbulfs Sohn überhaupt in Chiropedun? Cheolbulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem haupten Dänen? Sicher vor wem? Du und Ivar haben diesen Schier ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Bogret hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Wir sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Kann ich mal gucken? Ich hab... What? Ich hab da... Ich kann da richtig... Du bist irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier im Englerland benerten das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Vornberg. Im Nordwege. Nordlich der Dänen. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Genauso. Mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Krippe randt? So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übel sind. Oh. Mann. Ich wollte mit der Gruppe mitreiten, aber das automatische Reiten geht irgendwie viel zu schnell. Wir sind also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nur die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weißer, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchten meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, wohl wahr. Englerland ist halb so groß wie Nordwege. Und doch haben wir vier Könige in vier Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Belenken. Mhm. Das kenne ich jetzt. Ich bin nur sechs Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Oh ja. Meine erste Schlacht steht bevor, junger Cheolbert. Und von nun an... Ich halte das immer wieder, dummide. Ganz dummide. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. Nein, ich halte das immer wieder, dummide. In Wahrheit, Cheolbert, lastet ein Großteil meines Zauns auf meinem Vater. Nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt. Ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fassmet verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung. Es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Seen. Die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Ätheling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Ach hier. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skog. So ein... Dieser Ort wird gut bewacht. Ja. Eine mega feste Mauer. Das wird witzig. Juhu. Guck mal, was ist jetzt passiert. Und wenn wir jetzt echt reinstürmen, das wäre halt schon echt cool. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unwendige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofried? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Eva. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrets Kriegstan. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trend überfallen und getötet. Erst Ivas Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30 Ellenwurfs. Was? Genug geplaudert, Heiden. Sagt, was ihr wollt. Wir wollen deine Krone, Herr. Mit deinem Kopf oder ohne. Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Oh, das wäre... Oh, scheiße. Das wäre ein Move. Das wäre ein Mega-Verrat an meinem Bruder. Vorzudrehen nach dem Motto, Jo, ich bin hier als Däne, ne? Ich komme aus Neunwege, also... Oh, wird mich das reizen. Ein Bühnes, Ficke. Keine Sorge. Wir haben ein Mercier mitgebracht. Geo-Wulf, meint ihr? Haha. Wenn ich mit euch fertig bin, lasse ich diesen Narren für Hochverrat hängen. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten. Ihr reicht das ganze Palava. Ihr seid in unsere Lande eingefallen. Hat unsere Bauten geschenkt. Der geht gerade ab. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Oh, ha. Wenn du meine Krone willst, Oberragdasson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen. Oh, ha. Oh, ha. Wenn die jetzt... Was hält die davon ab, jetzt schon reinzuholzen hier? Eivor, sag dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivor und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Ramborg umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Oh, ha. Es ist dumm, was der König macht. Es ist dumm, was der König macht. Ragnassons Kriegslager. Oh, ja. Ja. Werden einstift. Oh, gern. Oh, ist er mit mir. Brief von Ragnassons. Weg. Zusammen mit diesem Brief werden dich drei frisch geschlachtete Schweine haben. Zwölf Körbe voller Obst und 20 Fässer Elb erreichen. Feiert. Macht Feuer. Jault laut. Die Sterne an. Kündigt euch mit den Rattenkirken von Mössia an. Er wird heute Nacht nicht schlafen. Niemand. In dem wird das. Okay. Cool. Wurde mal speichern. Sicher ist sicher. Genau, was jetzt hier abgehen wird. Schon ein bisschen Respekt. Davor war es jetzt gleich. Weil es ist ja schon was Größeres, was wir jetzt machen. Anscheinend. Lol. Funfact, Leute. Ich war schon oben. Beim Haupthaus. Hab da schon ein bisschen gemetzelt. Also da oben fehlt Schnaufen, Leute. Ach schön, das ist das. Ja gut, ne. Ich hab da, ich hab da halt schon. So weit nach hier. Bruder. Das ist mir bewusst. Ja. Schlagen? Okay. Das andere. Oh. Ich mag ihn jetzt. Du sympathisch. Er wird es cool. Ich hab mich nicht so an. Ich gehöre zu den Ragnarsons. Wird Zeit, den Ramborg einzusetzen. Burgred wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Ja. Ja, 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 ja. Es kann losgehen. Zeit, den Königreich zu erobern. Er tut mir voll leid. Er will nicht. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Also hier bleiben. Tealbad. Stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor zwei Wochen noch hat Leofrid mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofrid. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Eivor, das war ein bisschen hart. Ah, das ist so... Ja, ja. Das ist halt schwierig. Das ist halt ein schwieriges Thema. Jetzt ist es richtig Krieg hier, oder was? Oh, das klingt gut. Puh. Ja, ich war da oben bei der Hauptrolle. Da war ich. Höh, schön. Oh, lol. Ja gut, hier unten sind viel, viel mehr Leute. Oh ja, viel, viel mehr. What the fuck? Da stört das Tor. Flüchtet die Soldaten ab. Aber der König gehört mir. Ich will meinen Bogen mal ausprobieren, Freunde. Vorwärts! Längst Vorwärts! Zieh vor. Sehr detainst dich. Oh, oh. Was muss ich machen? Ach so. Schrecklich. Mit mir! Wir holen! Ähm. Jetzt ging nur unten. Feich! Ja, das ist gut. Und? Seid hinein! Seid auf! Rennt die Häuser nieder! Lasst ihnen keine Schlupfwinkel! Alles nice. Mann, ich will auch ein paar Wissen. Ja! Mann! Was ist das? Au! Diese Edelbe. Die Spielartige, die wir uns jetzt nicht getan haben. Oh, der ist noch erwischt. Schade. Wir können eine Feinde mehr. Oh! Hi! Das ist aber auch ein Kuss. Oh, die war das. Oh, oh. Oh, oh. Oh, die war das. Oh! Oh, das ist noch erwischt. Oh, das ist noch erwischt. Oh, das ist noch erwischt. Oh! Oh! Ich kenne einen Augenweg, Leute. Das ist viel leichter, einfach hinten hochfällt. Oh, das ist ja... Ich habe keine Pfeile mehr. Au! Kannst du mich mal lassen? Hey. Die Sächsische Flut sprengt diese Lande. Und wir Laufwege sind es. Die Sieg werden. Oh, abgebrochen. Scheiße. Nein! Nein! Geh nochmal weg! Das wird x-Kollege! Was ist denn? Warte! 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 Hi! Tag! Hey du! Na! Schöner Tag heute, wa? Aua! Lass mal das mal! Au! 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 Merzen! Was ist cool das hier? Leider! Wie hat es denn den weg gerannt? Ha! Au! Ich müsste halt nur irgendwie... Irrhin! Wie viele sind denn das hier? Mein Gott! Wie viele hat es denn? Wie viele hat es denn? Wie viele hat es denn? Leider drüben! Wie viele hat es denn? Wie viele hat es denn? Sie sind hier oben auf Pfeiler oder so? Oh warte! Oh warte! Oh warte! Ziele getötet! Zack zack! Zack zack! Ah Pfeile! Perfekt! Du gehörst mir! Hi! Jo, wir sind halt keine Gegner mehr, weil ich die euch schon getötet habe! Alles schön! Die sind alle weg! Gibt mir keine Gegner mehr! Boah! Oh, geht's Respawn hier, oder? Wir müssen uns eh durchtanken für sich gerade! Zwei Ziele müssen wir töten! Jetzt kommt mein Boss' Fight! Ola! Präsentieren! Cool! Oh Mist! Daneben! Jetzt! Hab ich ihn! Ohohoho! Ohohoho! Hi! Ach, ich feier das! Ich trete mal rein! Hey, lass das! Guck mal bitte! Bitteschön! Ich hab' den Deutsch vergessen! So! Dein Kumpel ist schon down, mein Freund! Hier! Die Äxte! Die hab' ich! Im Besonderen der Mutgekauf! Komm mal! Geh weg! Bitteschön! Oh, Entschuldigung! Übel! Sorry, du hast ne Achse drücken! Oba! Scheiße! Ne, lass mal! Ich muss mal eben gucken, ob ich was zu essen finde! Weil ich fürchte, kommt noch dein Bosskampf! Da brauche ich was zu essen! Iva, hilf doch mal deinem Bruder! Gibt's dir was zu essen drin? Was ist mit Essen? Ich bin in der Schlacht! Fohlen offen so! Erstmal was zu essen! Eck abhunger! Ich habe was gefunden, noch nicht viel! Also, ich hab' hier die Zweite! Bitteschön! Ich kann jetzt nicht mal fertig machen, Jungs! Bevor ihr euch schon wieder anfangen! Oh, das war's! Überraschend wenig Leute hier oben drin! Kommt das nur! Das Trinkot ist fast alle! Plünder! Warte, über! Ich helf dir! Das ist vorbei, Burkhard! Leg die Waffen nieder! Sein Tane wird es noch aufkreuzen, oder? Also, sein Kriegstane da! Ich hätte noch mehr Essenszeug suchen sollen! Das wäre besser gewesen, glaube ich! Der ist gar nicht da! Nimm drei Männer! Seht hinten nach! Seht euch um! Schaut, was zu finden ist! Ich schicke nach Cheolwolf! Sein Thron wartet auf ihn! Das ist die Hauptstadt! Ich war kurz, ich war in der Halle vor uns schon so halb! Da wäre ich hier nicht reingekommen! Was? Aber ein kleiner Ätterling fehlte bei alledem! Wo war der Sohn unseres Königs? Cheolbert war dabei! Vielleicht hast du ihn verpasst! Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Evo! Groß und kühl! Das ist ein Kind! Herrgott! Nicht alles sind so wie du, Ivo! Ich kann die Tür nur aufbrechen, hier! Oh, Essen! Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich wohl auf! Ich danke dir zutiefst, wenn es ungänglich ist! Wir bekämpfen weiterhin die eingefallenen Dänen ohne Unterlass! Es ist so heißt, lässt Grüße ausrichten! Es geht ihr gut! Nur hege ich, wie auch mein Kriegstarne, den Verdacht, dass sie daran verzweifelt, ob wir diesen gewinnen können! Doch, das ist ohne Belang! Ich bin der Herrführer und ich werde mein Land bis zum bitteren Ende verteidigen! Burgred hat Hilfe gesucht! Mächtige Männer angeworben! Aber wer sind diese Krieger, von denen er spricht? Oh, ein Kleeblatt! Da sitzt du echt noch auf dem Thron die ganze Zeit, oder was? Wow! Oh! Rief an in der Mail, liebe Schwester! Es tut mir leid, dass ich nicht schon früher schreib! Mittlerweile dürftest du erkannt haben, dass ich doch nicht nach Hause kommen werde! Die Dänen sind weiter ansonsten in der Vorgutung und König Burgred hat sie immerzu herausgefordert! So sehr sich mein Herz auch danach sehend abzureißen, so sehr ruft mich doch auf die Pflicht, denn zu vielen Menschenleben stehen auf dem Spiel! Solange ich hier bin, kann ich sie beschützen, selbst wenn ich dafür mein Leben geben muss! Ich weiß, du wirst das verstehen! Wie geht es, Rodri? Ich kann noch immer nicht glauben, dass dieser Sohn eines Apfelbauern mich zum Onkel machen wird! Dein Bauch muss jetzt schon nicht groß sein! Ich weiß noch, dass du sagtest, wenn es ein Junge werde, würdest du ihn nach mir nennen! Ich bete jeden Abend, dass es ein Mädchen wird! Moin! Leofried scheint sich mit Burgred nicht einig zu sein, aber er bleibt pflichtbewusst und loyal! Königliches Abkommen an den Allmächtigen König! Wir haben eine Abmachung jedenfalls, falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mössia wärmt! Wenn diesen Arsch ankommt, weiß ich, was ich weiß, ist folgendes! Die Ragnasons sind mit jemandem von deinen Leuten im Gespräch! Der Name ist Cheowulf! Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn... Der wusste es! Sigurd ist eingetroffen! Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet! Der Angriff wird bald erfolgen! Halte deine Männer bei... Der wusste das! Darum ist er auch nicht jedes abgehauen! Was deine Geheimversteck angeht, sind diese vorerst sicher! Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen! Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schick mir diesmal einen hübschen, hübscheren Gesandten! Hm... Ein Verzeichnis von Zahlungen! Wie ein Haushaltsbuch! Hier ist eine Schlange! Womöglich von einem Clan! Die Brüder sollten das sehen! Hm... Alles klar! Der wusste es! Der wusste sogar, dass Sigurd hier ist! Iva, ich habe einen Brief gefunden! Dieses Symbol hier! Echt, der pennt! Dein Ernst? Hatten deine Leute Glück? Nein! Du? Hier! Kennst du dieses Zeichen? Tunas Siegel! Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung! Diese Hündin! Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen! Ja, toll! Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt! Geheimnisse! Über mich! Über Cheopedun! Über unseren Plan! Was soll das Ganze? Geht's hohe! Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe! Das Problem ist gelöst! Du bist der neue König! So läuft das aber nicht! Nicht in Mercia! Ja, nee, das funktioniert so nicht! Wir verlieren Zeit! Toner ist unsere einzige Spur! Wir müssen herausfinden, was sie weiß! Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen! Danach würde sie besser von dir denken! Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau! Wir treffen uns bei Toners Lager, sobald du hier fertig bist! Und bring Geduld mit! Und deine Axt! Eivor! Auf ein Wort! Bitte! Ja! Geh! Geh! Ich komm nach! Ich gehe zu den Brüdern, Eivor! Such uns bei Toner auf! Ich überlege ja doch schon langsam, ob ich da so ein bisschen bei manchen Sachen im Rücken fange! Dass Ivar ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast! Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan! Er ist kein Kämpfer! Nein, aber er sollte es sein! Durch Übung oder Prüfung! Das wird er, wenn die Zeit reif ist! Aber halte ihn von Ivar fern! Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister! Ja, das ist wahr! Das ist wirklich wahr! Bin ich mit ihm reden gefühlt? Die dänische Händlerin Toner könnte wissen, wo sich Burkritt verkriegt! Hm, okay! Tschuldigung! Wo ist das? Toner Study! Ah, okay! Da oben! Oh, ne große Haupthalle! Aha! Ja, guck! Er staune! Komm ich denn da irgendwie rund? Wobei, jeden Fall Pfeiler! Aber! Der Bogen ist ja mal geil! Ich brauche nicht mehr irgendwie so erstmal die ganze Zeit spannen! Das ist die ganze Zeit unter Vollspannung! Das ist mega cool! Der Köcher ist voll! Habe ich jetzt einen anderen Köcher, da wahrscheinlich den Bogen geändert habe? Oh, halt! Nee! Wollte ich nicht! Hä? Okay! Ich habe doch aber Kapazität 20 leichte Raubtierpfeile! Das ist ein Raubtier! Das ist ein Raubtier! Alles klar! Okay, das macht es natürlich ein bisschen schwerer, aber ja, okay! Das heißt, ich brauche... Okay, ich muss aber nochmal nach oben gucken! Obwohl der geil ist! Ich hätte gerne einen, der dieses Visier hat! Das ist halt ziemlich cool! Da drüben oben ist es da! Können wir da rüberschwimmen? Ja, oder? Ich habe ja schon, ob ich Seagurt bei kleinen Dingen nicht in den Rücken falle, aber bei kleinen Dingen versuche ich meinen eigenen Weg zu gehen! Ja, klar! Das wird wahrscheinlich für Seagurt aussehen! Also... Wahrscheinlich wie den Rücken fallen wirken! Das ist halt schwierig! Da bin ich mir halt echt unsicher! Ich würde halt Evo gerne auch ihren eigenen Weg... Oh Gott! Hi! Kann ich helfen? Oh Gott! 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 Ich... Fast schon! Scheiße! Bin gar nicht da? Ich tue mal sowas, hätte ich nichts für sehen! Weißt du wobei, random Wölfe? Wo ist das Lager? Irgendwo davor! Ob der König echt hier ist? Wieso hat eine Söldnerin bitte so eine Burg und so eine Stadt gleichermaßen? Es ist doch nur eine Söldnerin! Wir sollten eine Söldnerin... Wir sollten eine Söldnerin... Es geht sicher nach der Halterin... Siegurt, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Toner reden... Nur wir beide... Iva und Ober warten hier... Toner soll denken, dass wir allein sind... Ja, die weiß, dass wir nicht allein sind... Wir stehen hier unten... ...dass Iva ihr den Schädel spaltet... Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen... Aha... Gut... Sollen wir? Wir kommen gleich zurück! Ein kleines Vermögen für den, der Toner zur Hegel schickt! Ich erinnere dich daran! In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Toner... Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin... Ober brauchte ihre Männer und ihr Wissen... Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgred nicht besiegt haben... Ich habe gehört, Toner dürstet es nach zwei Dingen... Weiches Silber... Und hartes Bettgeflüster... Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin... Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden... Vielleicht können wir sie zufrieden stehen... Und wenn wir das nicht schaffen... Iva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen... Da sind sie ja! Wie er warnt! Zweihandschwert würde ich halt auch gerne... Rede du weiter... Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack... Nein, nein! Das ist deine Herausforderung! Sigurd! Warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits! Ja! Der Gestank glühender Kohlen verrät dich! Und doch bist du hier, um zu reden! Also ist Burgred wohl unauffindbar! Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Ähm... Ich verzichte... Kein Interesse! Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach... Die du anscheinend nur zum Krakehlen benutzt! Dann macht das aber grad keinen Sinn, was... Ich... Hag mich nach! Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen! Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden! Aufzeichnungen eines Handels! Ihr beide habt eine Vergangenheit! Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste! Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnason-Dummköpfe sagen könnte! Du redest aber gerade mit mir! Und ich will wissen, was du weißt! Nenn mir deinen Preis! Hm... Also gut! Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen! Du könntest sie bezahlen! Hier ist dein Silber! Hm... Du bist ja zu allem bereit! So begierig! Hau raus! Spuck's aus! Burgred bezahlte mich, um die Ragnasons von zwei Orten fernzuhalten! Legra Kester und Tempelburg! Eine große Menge Silber! An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen! Das ist alles! Mehr weiß ich nicht! Wir sind hier fertig! Legra Kester und Tempelburg! Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht! Aber den Brüdern sicher! Ich werde es ihnen erzählen! Bleib nicht zu lange hier! Wir müssen uns einen König fangen! Aber um zwei Orte! Glaub ich raten! Bei dem einen ist der Kriegstale! Bei dem anderen ist der König! Pass auf! Sonst fresse ich dich! Stehen? Ich will gerne mit ihr reden! Aber... Warte! Pass gut auf mein Täubchen! Was machst du noch hier? Ich wollte eigentlich nicht sagen! Ich kann was klauen bei ihr! Warte! Das muss ich probieren! Tschau! Bevor sie merkt, dass der Silber weg ist! Ich hab mein Silber wieder! Schnell abgehalten! Ich hab mein Silber wieder! Die Notmacht erfinderisch! Schnell mal kurz geklaubert! Wenn du gar nicht aufweist! Ich sag 520 Silber! Wenn du eine Silbermünze hast! 520 Silber! Weißt du wie viel das ist! Ich halte überhaupt nicht auf, dass ich da kurz in die Tasche greife! Und alle raus! Ah immerhin! Dann hab ich meine Kohle wenigstens wieder! Aber wieso ging das jetzt auf einmal? Weil ich wusste, dass sie mein Geld hat! Hi! Ich hab mein Geld dann wieder geholt! Seagurt hat uns alles erzählt! Gut gemacht! Legra Kester und Tempelburg! Was wissen wir über diese Orte? Hm... Legra Kester ist ein großes Dorf! Und Tempelburg ist eine alte Festung! Das ist doch schon... Festung ist doch bestimmt... Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken! Suchen wir da! So schnell wie möglich! Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen! Ja! Das lass mal meine Sorge sein! Wir sollten jetzt aufbrechen! Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen! Ich glaub ich hab grad einen Fehler gemacht! Die wird jetzt richtig frissig sein! Wir kommen aber schon mal wieder irgendwie aneinander in Konflikten! Dann wird die richtig frissig! Weil die weiß, dass wir sie wieder beglaubt haben! Nimm dir jemanden mit! Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken! Geht schon vor! Ich werde euch bald einholen! Ich würde lieber mit Eivor Freundschaft schließen! Möchte ich anmerken! Also ich schließe mit Eivor Freundschaft und Eivor schließe mit Eivor Freundschaft! Das ist okay! Damit kann ich leben! Ist die da oben jetzt immer noch pissig auf mich, wenn ich jetzt da hochgehe? Das würde mich mal interessieren, ne? Also ich hab's geglaubt! Stehe ich zu! Ja! Wenn ihre Treue an Geld hängt! Was ist denn da oben? Gibt's da oben irgendwas cooles drin? Oh, da gibt's auch ein Zeug! Ja gut, ne? Die wird ja wahrscheinlich böse werden, wenn ich da reingehe! Die wurde ja auch rot! Äh, ist nicht so geil! Also hier ist was? Und wo noch? Ja! Leute! Da ist ein Aufzug, den ich machen kann! Ich finde, Eivor spricht mit ihm! Machen wir das! Und plündern wir erst noch! Mega gut! Da hab ich hier Bock drauf! Stell zum Hafen aufs Schiff und los! Okay, ich brauche einen anderen Bogen! Deine neun Pfeile! Das ist halt schlecht! Das ist halt semi-optimal! Ich brauche es mit mehr Pfeilen! Ich würde ja schon gerne mal einen anderen Bogen! Vielleicht werden wir mal... Vielleicht mach ich das mal auch für mich so! Ein bisschen einfach so just for fun! Dass ich sage, ich brech mal! Ich hol mal die ganzen kleinen Punkte so! Und klau mal alles! Dann gucken wir mal, was wir alles auf den Items finden! Also in der Burg, wo wir gerade waren, gab es zwei große goldene Punkte! Das waren safe irgendwelche Gegenstellen! Oder diese komischen Barren da! Zum Abgräben! Also in der Burg! So, zack! Los geht's! Ehm... Segelset! Segelset! Stopp! Ja, du schießt ein Segel, ja, sowieso ist es gut. Ja, du schießt ein Segel, ja, du schießt ein Segel, ja, du schießt ein Segel. Ja, du schießt ein Segel, ja, du schießt ein Segel, ja, du schießt ein Segel. Ja, du schießt ein Segel, ja, du schießt ein Segel. aber davon ist eine berücke achtung gleich ging das echt konnten die den wasch damals echt immer so umlegt so spontan war ich hier schon mal hier war ich noch nicht, dann hätte ich plündern können hier ist ein schnellreiseziel, okay, interessant ihr macht das doch gerade, ich sag doch gar nichts oh, eine schöne große Brücke und die Segeln, die einzig so, hier kommt gleich, wir können gleich plündern oh, wie angenehm da schrieben mal echt noch mehr Leute, die mit uns dann so plündern wollen und die man noch so in die Crew kriegen muss oder die man die Crew holen könnten das wäre halt nice oh Gott hey, da länge holt das jetzt los das jetzt hier oh, ich geh drinnen Ughhh Ahh Also der Wind Der getroffen Okay. Schönes Ding. Heile. Ich würde ihn ausmachen. Siehst, ich wollte... Nein, 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 nein! Nein! Der ist doch mal zum Anonym! Mensch! Genau, jetzt können wir das machen. Oh, oh, oh. Äh, nee, so. Ah! Ist es hier? Ist es da schon? Komm! Danke! Entschuldigung! So! So! Dann bin ich ja hoch. Ich bleibe nicht raus! Hi. Okay, haben wir schon mal das. Essen. So, komm. Alles um mich. Äh, die Hütte dreht. Okay, das ist dabei. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ah, ah, heiß. Ich bringe den Raum, Gott. Überrundet den Hohlkopf. Hab ihn. Was ist irgendwie los? So, ciao. Hast du einen Schreien gehabt? Also, kick. Schau. Ich finde, das ist gerade das falsche. Ich vergabe mich gerade, ich wollte eigentlich... Das... Ja, das ist cool. Oh. So, das wollte ich nicht gerne machen. Aber 12. So. Diesen... Diesen Sperren sind echt bitter. Ähm. Oh, der hier hat was. Oh, oh, oh. Ja. Der hier hat was. Dann gehe ich aber erstmal andere Sachen. Genau. Weil ich schluck da vielleicht auch. Ähm. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade blöden. Das ist mir gerade blöden. Ich wollte gerade reinstürmen. Rumschreien. Und sagen, das ist alles meins. Geht alle nach Hause. Hm. Wo habe ich es jetzt gespeichert? Ich ahne, ganz schlimm ist. Habe ich es jetzt gespeichert? Ist, glaube ich, schon ein bisschen her, ne? Aber ich speichere eigentlich recht oft. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen her jetzt. Ah. Ich wollte gerade da reinstürmen und huha her und alles kaputt machen. Immer den besten. Mal schon wieder um eins, ne? Ja. Ja, ja, mach. Komm schon. Ich will mir mal zu, wo ich gespeichert habe. Was ist das ein Zeichen? Vielleicht soll ich es jetzt erstmal auffüllen für heute? Man könnte es als Zeichen nehmen. Ich glaube, ich würde echt von den Einhand-Äxten auf ein Zweihand-Schwert umsteigen. Können wir auch eine Zweihand-Achse machen, denke ich auch. So eine richtig große. Da muss ich immer an, äh, von Sky, an, äh, wie heißt die große Axt? Wulfrad? Wulfgrad? Wulfrad? Denken? So eine doppelte Axt, so eine riesengroße Zweihandwaffe. Mega cool. Die hauen auch rein. So was wäre auch geil, glaube ich. Wo war denn der Speicherstand? Mitten, mitten in der Plünderung, bitte. Quicksafe. Mitten in der Plünderung. Ich will gerade zur Tür reinrennen, das wäre ideal. Ich glaube aber nicht. Ich glaube so was von nicht. Ich bin bestimmt mit dem Boot gerade irgendwie auf dem Weg dahin oder so. Ah. Oh. Ich habe eh keine Pause mehr gemacht, fällt mir gerade auf, ne? Ehrlich, das ist so ein Zeichen gerade. Ja. So ein Bogen ist halt cool gemacht. Wie sieht denn der Move bei einer Zweihandwaffe aus? Gibt es da auch so einen Move? Oder gibt es diesen Move bei einer Zweihandwaffe gar nicht? Also eine Art Move. Das ist ja so Berserker-like. Einfach den Kopf ausschalten und so, 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 so. Aber nur nach vorne hacken. Das habe ich noch nie eingesetzt. Das muss ich eigentlich mal einsetzen. Das ist einfach nur, wenn der, ne? Hier holst du halt aus. Und das ist halt der leichte Angriff. Das ist der schwere. Und das andere ist einfach so, bätsch und vorbeigehen. Und wo bin ich? Wisst ihr was? Ich speichere hier jetzt einfach nochmal. Und ich würde sagen, wir beenden das für heute. Ist ja schon wieder spät. Ist ja schon wieder um eins. Wir haben ordentlich geplündert. Lief auch ganz gut. Morgen ist Samstag. Also heute. Ich weiß nicht, ob ich heute streame. Ich würde gerne. Müssen wir mal gucken. Zack. Machen wir das dann eher mal kürzer heute. Ja? Schauen wir mal morgen dann oder so. Ich denke schon, ich mag mal streamen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Stream. Und es hat euch ein bisschen gefallen und so. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns morgen wieder. Eventuell morgen. Sonntag wahrscheinlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, wann ich jetzt wieder streame als nächstes. Wird bestimmt spontan. Denke ich. Aber dann wünsche ich euch jetzt noch eine wundervolle gute Nacht. Schlaf dann später schön. Und träume was Schönes. Okay? Lasst euch knuddeln. Und bis die Tage. Nachti, nachti. Dank. Jennifer. Tschüss. 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 Tschüss.